Mehr Geldhaber, Mehr Geldhaber, Mehr Geldhaber, ihr hört mich doppelt, jetzt nicht mehr, hallo, hallo, kommt für uns die Leife auch irgendwie Geld rein, weil dann stehen ja auch Kosten, äh, nee, nee, Unity ist so ein Non-Profit-Dings, das zahlt alles Teil und so, die nehmen ja auch keine Spenden an, das ist alles, äh, bla bla bla, wird alles aus eigener Tasche bezahlt. Hallo? Indirekt übers Zaps und so weiter. Ach, nö, bitte nicht. Oh, oh. Okay, ich glaube, es geht. Wer denn, was ist mit meinem Auto passiert? Herr, wer denn? Hallo? Was hast du mit meinem Auto gemacht? Was? Ja, was, du warst das. Nein. Na wohl. Wo ist es denn? Ja, steht da so komisch, als hätte Twinkie das geparkt, aber Twinkie macht heier. Kann ja gar nicht, weil die ist gestern früh heier gegangen. Ich auch. Du, na und, aber du bist schon unterwegs und wach. Nein, ich räume Autos leer. Ich werde die Sicherheitskameras überwachen, gucken und wenn ich sehe, dass du, ich frage raschisch. Du hast mein Auto kaputt gemacht. Du kaputt? Wo ist denn der Rasenmäher? Opa, Willi, kriege keinen Schlüssel dafür. Ich habe auch nur einen Schlüssel. Kann das denn umparken? Was? Ich kann, ich kann den nicht umparken. Ja, denn Opa, Willi hat nur die Schlüssel davon. Weiß. Noch besser, wenn ich keinen habe. Heute ist Boxkampf, ne? Ja, ich weiß. Eigentlich soll ich... Ja. Du hast einen Auftritt da, was du mir nicht erzählt hast. Ja, ich habe einen Auftritt, aber ich habe nicht... Ich sehe in mein Herz. Wow. Ja. Ich habe einen Auftritt. Ich wusste nicht, dass du ein berühmter Rapper bist und jetzt... Und jetzt wusste ich nicht mal von deinem Auftritt. Ja gut, ähm... Ich sage mal so, ich wollte gestern einen neuen Text schreiben, aber ich hatte Kopfschmerzen, ich habe es nicht gemacht. Ja, komm, ich helfe dir. Ich bin fettester Ghostwriter. Komm. Dann müssen wir das zusammen einmachen. Ja, machen wir dann jetzt. Ich zeige dir, wie das geht. Ich bin Rapper gewesen. Okay. Okay. Aber gut. Okay. Ich fülle jetzt Hashish. Und dann weiß ich nicht, was ich mache. Ich bin gerade noch schwer beschäftigt. Ich sage dir gleich Bescheid. Okay. Wenn du fertig bist... Hallo Hashish. Wer hat den Hashish Pudding in seinen Teich geworfen? Nö, nö. Bei mir gäbe es nur Fleisch. Nö, was das? Nö, Fleisch. Und der Deckel ist nicht mal auf. Man muss so einen Deckel aufmachen. Oder hat einer... Das warst du, der Twinkie. Äh. Ähm. Ja, die Schmeißkolben. Oh. Ja, das könnte ich gewesen sein. Warum fütterst du meinen Frosch mit Pudding? Pudding schmeckt. Ja, aber du musst den Deckel vorher abmachen. Ähm. Na gut. Er hat jetzt nicht gemeckert, dass Herr Gierke noch drauf ist. Wie soll er auch gemeckern? Wie soll er denn mit seiner Zunge da reinkommen? Und den Deckel machen? Na ganz einfach. Na genau so. Er würde ja so meckern, wie wenn du den jetzt fragst, wer es war. Der hat mir gesagt, du warst da. Ja, und zu mir hat er gesagt, der Pudding, der soll zu bleiben, ein bisschen später. Kann der gar nicht gemacht haben. Warum? Weil der gar nicht reden kann, du Arschlügner. Oh nein. Weißt du, und du meckerst nicht, dass ich dich meckere. Ich muss dich ja immer meckern. Weil du nur lukst. Aber du meckerst ja immer, mich immer anmeckern. Weil du bist nur luken. Na ja. Was, bist du wieder eine Geisel? Ja. Ich lege auf und du rufst mich haben, wenn du zahlt hast. Dann machen wir fette Rap-Texte heute Abend. Abscheid. Suche mein Auto. Wo ist dein Auto? Am Parkus 3. Soll ich da hinkommen? Ja. Okay, dann bist du gleich. Wenn mein Auto überhaupt fährt. Ja, ich hab das nur, sie, also der... Ja, siehst du, sowas, du das doch, du dummes, dummes Arschkind. Hör auf, mein Auto so zu parken. Und so zu tun, es wär's Twinkie. Sonst pinkel ich dir in deinen Benzin-Dings rein. Oh. Ist das schlimm? Ja. Dann mach das nicht. Oh mein Gott. Ich fasse nie wieder mein Auto an. Jawohl. Warum stinkt's hier so drinnen? Weiß nicht. Hast du wieder deinen ekelsten Crocs nicht gewaschen, ne? Ja, ich hab nie gewaschen. Doch, manchmal dreht sich eine Pfütze. Parkus 3 bist du? Also, da steht mein Auto. Ich versuch da grad hinzufinden, aber... Wo bist du denn? In dem Garten. Ich komm hier. Ich hab mich verirrt. Ihr habt euch alle verändert, seitdem wir in Los Santos wohlen. Auch Twinkie. Das war mal so ein bezauberndes Mädchen. Der hat nur zarte 130 Kilo auf die Waage gebracht und war in so ein Zuckerschnurzeln. Jetzt schickt die 180 und schreibt mich nur in den Peitschmich. Und weckt mich vielleicht nicht so zum Kühlschrank. Ähm. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich bin auf dem Weg. Okay, ich fahr schon dahin. Komm, ich bin hier Chef, genau. Wer ist Chef? Schlafen, schlafen. Ja, ich hab versucht, dich zu wecken, aber ich schläft dich auch nicht auf. Schläft tief und fest. Ich bin da. Ich fahrgatt hier. Nicht über die Wiener. Ich bin bei dem Richmond Hotel. Was ist denn das? Hotel überall? Dein Auto steht ja gar nicht. Doch. Nö. Wie nö? Hier ist kein pinkes Anime-Auto. AK3? Bin ich doch. Das muss ja sein. Nee, ist aber kein Ziel. Wird bestimmt geklaut. Oh nein. Ja, wo bist du denn? Entschuldigung. Ich laufe grad dorthin. Ich bin bei der Räuberhöhle. Was für eine Räuberhöhle, Alter? Bei dem... Um den Golfplatz rum. Ich bin gleich da. Da, wo die Mülltonnen stehen. Ah. Wo du letztes Mal die umgefahren hast. Ja. Da bin ich. Im Garten. Im Garten? Ja. Oh, du bist vorbeigefahren. Wie? Ach da. Was machst du schon mit dem Garten? Gucken. Du hast doch schon wieder geklaut, ne? Ja. Hast du die Rasenspringklagen gemacht? Vielleicht ist er denn bei Bewegung. Aber mein Auto muss aber was tragen. Nee, guck, die fallen da hoch. Warte. Da steht keins. Dann haben sie dir dein Auto geklaut. Ach, Mann. Unterm Arsch weggeklaut. Wo hast du denn was geparkt hier? Hier, da, wo die Bremsspuren sind. Oh. Ich sehe keine Bremsspuren aus, wenn meine Bucke so... Ach, hier rechts. Da stand es. Ja, aber jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Da muss man da der Bucke einmal hin später. Halt's auch belegen was machen? Doch, die können das ordnen. Aber hast du den Motor angelassen? Ja. Ja. Warum? Hast du schon wieder jemanden beklaut und musstest wegrennen? Na, weil... Ich dachte, ich bin gleich zurück. Aber da waren so viele, das war wie eine Goldmine, ich konnte nicht aufhören. Irgendwie stinkt deine Geschichte, Pinsen. Sagst du mir die Wahrheit? Ähm, also es stand dort und es war höchstwahrscheinlich aus. Willst du jetzt zum Scherr fahren? Nein, was juckt's mich? Da ist nur Futter drin. Ja, was ist dein Auto? Na ja, der taucht schon wieder auf. Was ist, okay. Spätestens, ich kenne einen, der findet das immer wieder. Ja, der heißt Ronny, Ronny Hopps. Ah. Der arme, tu ihm das nicht an. Tu ihm das nicht an. Hi, soll ich dich mitnehmen? Hallo. Du siehst so hilflos aus. Hallo? Hallo? Hey, Klatsche. Brauchst du eine Mitfahrgelegenheit? Warte, du Haare? Ja, hallo. Jo, ich bin gerade erst angekommen. Ähm... Ne, danke. Mitfahrgelegenheit brauche ich gerade nicht. Ich weiß eigentlich schon, wo ich hin will. Ach so, okay. Wo denn? Äh, ich will erst mal zum Handyladen. Der ist ja hier um die Ecke, denke ich mal, oder? Ja. Vorne links. Vorne links? Drage aus, links und dann rechts. Auf der linken Seite dann. Ah, alles klar. Danke euch. Kein Problem. Jo, wünsch euch was. Ciao. Au rei. Ja. Das heißt, er sich traut uns anzusprechen. Wir sind links da. Wow. Wir hätten den jetzt auch hinfahren können. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das war wohl verdammt knapp. Ach bitte. Ich habe irgendwie Angst weiterzufahren. Rechts vor links. Das wird schon wieder eine Katastrophe holt, ich sag's bitte. Oh, ich habe jetzt schon ein paar neue. Gibt es ja wohl nicht. Aber wir müssen doch dein Auto finden. Oh, sag mal, hast du es wirklich nicht gesehen? Ne, das Auto habe ich nicht gesehen. Hast du das gesehen? Ja, müsste man das ja... Ja, ich bin nur dahin gefahren. Wo bist du dahin gefahren? Hau doch mich mal an. Die Einzigen, die eine Schüssel haben, sind Ayantro, Willi, Du. Ich habe aber keinen Schüssel. Bin das nicht gefahren. Keine Schüssel. Ja, aber ich bin es nicht gefahren. Ja, aber ich bin es nicht gefahren. Do you understand what I say? Ja, dann muss man so push high. Ja, habe ich doch gerade gefahren. Boah. Dann fahren wir jetzt zum Sheriff. Die sollen gucken, wo das ist. Ja, ich dachte, du lügst. Nein, ich lüg nicht. Ich habe nie gelogen. Boah, hoffentlich nehmen die das nicht alles auf jetzt. Nein, das geht ganz schnell. Der orte das nur. Boah, ich habe gar keinen Bock da zu stehen. Also, hast du schon Rap-Texfeld am Abend? Nein. Du musst aber noch einen vorbereiten. Ich habe gar nichts. Ich habe nicht mal eine Musik. Du brauchst keine Musik. Du machst A Cappella Freestyle Rap. Okay. Oh, oh. Das hat er gehört. Hat ich nicht. Nein, das ist Willi. Hallo Willi. Hallo Willi. Hallo? Hallo? Hallo Ronny, hallo Peanut. Hallo. Hallo zusammen. Oh ja. Na? Hast du nicht den Rasen? mehr geholt, Willi? Nee, den wollte ich gleich holen. Den habe ich gestern nicht mehr geschafft. Ich komme wahrscheinlich in Weasel News, ne? Warum? Hast du den Schwanz ausgepackt? Nee, ich bin mit dem Bagger und lauter Musik bin ich da gefahren und dann kam auf einmal einer von Weasel News und hat mich fotografieren und hat gesagt, da kommt in Weasel News der rollende Party-Bagger oder so. Biggie, Biggie, Biggie. Can you see? Taxi, Downtown Cab. Willi am Apparat, hallo? Soll ich jetzt einsteigen? Hallo? Ja. Ja. Äh, Paleto bei Krankenhaus. Okay, dauert ein paar Minuten. Wir haben noch einen Kunden, dann kommen wir danach zu Ihnen. Ach ja, stimmt. Ich gehe schon mal da rein. Wir gehen kurz rein. Wie gesagt, wir müssen fahren. Äh, ja. Willi, mein Auto wird gemobbt. Weißt du das? Ja, natürlich. Ich brauche Autos. Bis gleich, ne? Okay. Hallöchen. Oh, die sehen schon wieder aus, jetzt hängen die Bock zu arbeiten da drin in den Shoppen. Denkste? Nee. Ich hasse, ich mag die nicht. Ich hasse die sogar. Oh. Oh. So, so wie die arbeiten? Ich hab ganz ohne Kopfweh, ey. Ey. Ey, oh. Komm, wir nerven die jetzt. Gute Besserung. Ja, komm, jetzt sammelst du den Heim. Genau. Hallo. Guten Tag. Wir brauchen Hilfe. Arbeitest du vielleicht, oder bist du auch am Handy wie deine Kollegen? Ich bin auch ab und zu am Handy. Ich bin die Leitstelle und derzeit die alleine. Ach so. Ja, stimmt. Die anderen, wird man... Ja. Das Auto wird gemopst. Bestimmt Kennzeichen Pinsel, hab ich recht? Pinsel? Nein. Ich hab bestimmt gesagt, das ist die Wahrheit. Wie ist dein Autokennzeichen? Pinsel. Warte mal kurz. Boah. Ich komme von anderen. Ich fick mich selber gleich. Hallo, Herr Leitstelle, wir brauchen Ihre Hilfe. Nein, bleib dran, sonst ruft der nächste Hand und dann müssen wir noch länger warten. Es ist nur ein Spiel. Ja, hier ist ein Notruf. Ja, hier ist ein Notruf. Einkei auf die 12. Oh ja, da steht und funkt. Hätt ich für was besseres, guck. Oh ja, ich bin der Bescheid, Mann. Oh, jetzt macht die Beatbox. Also, wenn der nochmal rangeht, am Telefon, dann... So. Was? Hi. Guck mal, Alter. Einen Augenblick. Boah. Nö, komm, Alter. Boah. 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 Das will... Das will... Das will... Wie ist dein Bein? Ich hasse mein Leben so sehr. Boah, tu das Ding weg. Boah, kommst du an zu mir. Hallo. Moin. Wie kann man Ihnen denn helfen? Erstmal bleiben Sie stehen. Sonst muss ich deine Hände und Füße festkleben. So, besser. Von meinem bestesten Freund, das Auto wird geklaut. Okay, also wollen Sie das geordnet haben? Mhm. Ja. Bitte nicht weglaufen. Nein, nicht weglaufen, bleib hier. Ja, muss ich dem Kollegen sagen, ich kann das in Ordnung. Oh mein Gott. Warum schickt der uns denn dann den Asumi? Warum schickt der uns den denn dann? Warum ist ja auch Fahrzeugpapier dann von dem Fahrzeug? Ja, kannst du jetzt mal stehen bleiben, bevor ich hier... Ich schieße die Fische hier aus dem Glas. Ich kann nicht überklauen. Ich schlache gleich, ich will um mich herum. Weiß ich nicht, aber du musst sie dann alle einsam. Ja, die mobs die Fische. Ja klar, die spiel in das Aquarium, was keine Öffnung hat. Ja, Führerschein. Ja, ich will aber die Fahrzeugpapiere vom Fahrzeug. Sag dann. Hast du denn nicht gesagt, du hast gesagt, du willst Führerschein sehen? Nein, Fahrzeugpapiere. Nein, Führerschein hast du gesagt. Fahrzeugpapiere. Hier, schalig, hier. Ja, der hat ja immer noch nichts, Herr Hopps. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier. Dankeschön. Ich glaube, ich werde Polizist. Oh. Da hast du die Fahrzeugpapiere wieder. Oh, danke, Mann. Und was ist, wenn es gemobst wurde und gerade rumfällt? Dann bringt uns das auch nichts, wo sie uns jetzt gleich sagen, wo das steht. Wenn es geklaut wurde. Ich muss aber noch eine Rechnung ausstellen. Was? Nein. Nein. Wow, wow, wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schieß mir. Ich schreie es dir gleich einfach auf den Boden. Ach, guck mal. Jetzt schon. Da kommen direkt, der Brücken kann. Oh, geht um Geld. Und warum musst du mir Geld zahlen, wenn dein Auto geklaut wurde? Kannst du den Herrn einmal abrechnen? Wegen Fahrzeugordnung. So, Fahrzeugordnung, ne? Ich bezahle nix. Dann müssen sie, sonst kriegen sie das nicht. Aber warum muss man, wenn sein Auto geklaut wird, Geld dafür zahlen? Wir können doch nix dafür. Ja, aber wir orten es halt und das ist für uns Aufwand. Ja, ich weiß ja noch nicht mal, wo es ist. Ja, das erfahren sie ja dann gleich von Kollegen. Nein, ich möchte erst wissen, ob es sich bewegt. Weil wenn du mir jetzt sagst, dass es dort... ...und dann fährt er weg, dann musst du ja für ein neues Orten nochmal bezahlen. Dann zahlen sie nicht fürs neue Orten. Das geht dann, wenn, auf mich. Aber einmal müssen sie es auf jeden Fall bezahlen. Aber rein theoretisch müsste man nochmal zahlen dann. Sonst hätten sie ja jetzt nicht gesagt, dann geht es wieder nach. Das macht mein Herz nicht mehr mit. So, dann haben wir bitte Karte drauf. Oh, oh, nö, stopp. Mann, kein Scheiß jetzt, will die raus aus dem Punkt. Es kostet aber nur 1.000. Wieso kostet das 2.500? Nein, das kostet schon immer 2.500. Packt mal vor längerer Zeit 1.000. Wie kostet das? Das ist aber schon seit 2 oder 3 Monaten geändert. Ja, siehst du, dann weißt du, der dich schon nie verloren hat. Hier, nimm das Geld, kannst du direkt deine Schuhe kaufen. Ja, danke. Okay, spielst du dann schon? Wie geht es aus mit der Orte? Fühlst du meinen Halspinsel? Fühlst du? Wo ist er? Guck dir meinen Puls an. Dann knallt. Ich habe mir vorgestellt, dass ich mich erst mal aufs Handy geguckt habe, wenn ich es erst mal gesehen habe. Oh, ne, ja. Oh, nicht der schon wieder. Du willst doch dein Fahrzeug geordnet haben, oder nicht? Ja. Oh, warte, ich gehe mal kurz noch darüber. Hä? Kann ich mir sagen? Diese ist kacke, wenn man quatschen will und der andere läuft ja mal weg. Na, bitteschön, dort steht ihr Fahrzeug. Ja, wo? Hat der Kollege gerade ein Puls übergebracht? Auf meinem Nippel, oder was? Wo steht das denn? Ah. Ach so. Wie hast denn du jetzt was über Bluetooth geschickt, ohne das Handy nachher zu haben? Hast du? Hast du so eine Ei-Brille? Ja. Ach man, ey, hier seid mir ein paar Kasper-Clowns hier. Ehrlich. Gib mir mal eine Marke, ich mache auch einen Druck. Heißt du denn jetzt in diesem Umkreis, oder wie? Da, wo das Satellitenbild ist. Ah, cool. Und woher? Danke. Das bedeutet dann Apostelcode 7046. An der Seitenstraße davon. Weiter höher. Ein Stück höher. Bis dann. Bis dann. Bitteschön. Boah. Pist mein Nippel an und sagt, da steht's. Ja. Und die Leute sagen, wir werden die Kicker. Ja, hier. Da ist es. Jawohl. Genau in der Augen, ja. Und wir kriegen Ärger immer. Oh mein Gott. Ich könnte eigentlich schon wieder... Soll ich dir mal noch sagen, warum fühle ich gerade Zeit aus? Das Auto steht bestimmt da irgendwo. Ja. 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 Ich hab Kopfschmerzen so dolle. Boah. Das macht mich alles wahnsinnig. Da kann ich was hin. Wo müssen wir hin? Zeig mit dem Finger auf meine Brust, dann weiß ich, wohin wir müssen. Ähm. Mach GPS. Ja. Hier. Das wird heute richtig wild. Wild. Ich kann dir mal noch zeigen, wofür ich 2500 bis halte. Ich bin gerade kurz weggelaufen. Hast du es so gesagt? Ähm. Ich hab deinen Nippe angefasst und... Und ich weiß jetzt auch, wo es steht. Ja, lass mich raten. Steht da irgendwo in der Garage? Ja. Irgendwo. Hast du das wirklich nicht? Nein, hab ich nicht weggetan. Das ist aber nicht dein Auto. Das ist nicht dein Auto. Hä? Moment. Oder da vorne. Da. Oh, stimmt. Jetzt hab ich's geparkt. Du bist so ein dummer Idiot, ne? Du bist so ein dummer Idiot. Stimmt. Du bist so ein dummer Idiot. Du warst so wie der Clown hier bei die reichen Tönen, ne? Ja. Ja. Ja, war's. Das ist nicht dein Ernst und du schickst uns zum Sheriff. Boah, ich dachte wirklich, ist das... Hoppla, sorry. Hoppla. Ich war... Du bist auch so einer, wenn man dich fragt, bist du schwanger, sagst du ja ein bisschen. Ja. 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 Und da hast du 2500 Dollar ausgegeben. Ja, weil ich war gestern, wo ich stehen. Ich... Ja. Ich kann das nicht mehr. Ehrlich nicht. Das ist mir alles zu viel. Okay. Weißt du was? Ich parke es... ...irgendwo. Ja. Und treffe uns schon. Ja. Und manchmal hasse ich den so sehr, ne? Boah, Junge, Junge, Junge. Oh, das Kai. Da darfst du Kai mit zählen. Da war der wieder hier auf Klau-Mischen. Was hat mein Auto? Ja, Salame. Und Toyo dank für die Prime 8, nur Kuss. Und Chris, dankeschön für den Prime 4, Kussi. Sprich'n da schon wieder rum von den Dichern. Ah, manchmal hasse ich mich ein bisschen selber. Ah, nur ein bisschen. Dass du mir das antust, ne? Es tut mir leid, das war geil auf sich. Wir brauchen... Wir brauchen ein bisschen Inspiration, weil du musst ja einen Rap-Text machen. Okay. Oder? Also hast du heute Abend einen Auftritt und musst was rappen? Ja, also... Was heißt rappen? Ich darf auch was singen. Ja, ist ja egal. Kannst du ja ein Gedicht vortragen. Ja. Dafür brauchen wir ein bisschen Inspiration, Nils. Und wie vor ist er denn? Nein, halte Ghetto. 23 Uhr, glaub ich. Haben noch ein bisschen Zeit. Okay. Bestimmt, wahrscheinlich, wenn Cody schließt. Bei der veranschalte das ja. Sei froh, dass ich Tickets gekauft hab, schon zwei Stück. Ich darf umsonst rein? Ja, aber ich hab für Twinkie und mich gekauft. Oh. Aber wärst du jetzt nicht umsonst, hätte ich schon Tickets. Wie viel kostet ein Ticket? 2000 Dollar. Ah. Machst du mit beim Boxen? Nein, bist du verrückt? Aber ich hab mich gestern geprügt gegen Biggie. Und hab den verkloppt. Warum machen wir nicht mit beim Boxen? Weil wir übelst die Schwächlinge sind. Hey, ich hab schon zwei... Und so ein Ticket kostet 30.000. Ich hab zwei umgeboxt. Weiche... So, wir machen jetzt hier. Hier sind wir im Ghetto. Pass aufpassen, dass wir nicht geschossen werden. Okay. So, willst du 16 Bars kicken? Was? Wie viel Bars willst du kicken? Ich nimm jetzt hier meinen Stift und meinen Zettel. Hast du schon mal gerappt? Nö. Also... Einmal. Vor drei Tagen. Ich war so scheiße. Kannst du denn rappen, oder kannst du nur so sagen wie... Weiß ich nicht. Ich bin Pinsel. Und ich habe eine Maus. Und die gibt mir einen aus. In meinem Haus. Oder kannst du richtig bitten? Kannst du mir ein Beispiel geben? Oder kannst du sagen so... Ja, aber ich bin Pinsel. Renn. Solange du noch kannst, lutscht mein Schwanz. Seit wann macht Farbe dich zum Mann? Kannst du sowas? Hast du Rhymes? Hast du Rhymes im Fluss? Hast du Rhymes? Hast du Flow? Oder bist du dumm? Ich bin dumm. Ich bin neu in dem Gebiet. Also musst du so 25 BPM-Beats benutzen. Ja. Aber so das Schnitt ist aber. Willst du, dass du ein Gedichtform vortragen, oder willst du rappen? So wie es klappt. Ich weiß dann nicht, wie akrobatisch deine Zunge ist. Sprech mal aus. Willem im Fluss. Willem im Fluss. Willem im... Ja, okay. Kannst du vergessen. Kannst du nicht Willem im Fluss sagen? Willem im Fluss. Willem... Willem im Fluss. Nein, nicht Fuß. Fluss. Willem im Fluss. Du Kleinkopf, Junge. Du wirst deinen Auftritt noch verkacken. Alle werden dich mit Scheiße beschmeißen. Ich sag sie jetzt schon mal. Willem im Fluss. Ja. Sag mal, Summer der Hammer. Sollst du keinen Tee kochen? Du sagst, Summer der Hammer, der sang. Summer der Hammer. Letz mich mal kurz überlegen. Summer der Hammer, der Killer, der schief. Bis zum Nachdenken. Ja. Ähm. Ja. Ja. Also auf meinem Blatt Papier steht noch Gigs. Gigs? Das kann ich sagen. Ja, Gigs. Ich wollte aber nichts sagen, habe ich versprochen, weil ich bin zu schnell mit meiner Zunge. Blablabla. Ja, mein Biss habe ich auch schon gesehen. Wir müssen jetzt einen Text schreiben und ich muss wissen, ob du Willem im Fluss hast. Willem im Fuß. Nein, nix. Dein Fuß. Willem im Fluss. Das wird ein langer Tag. Ich überlege. Du hast doch schon mal, hast du nicht schon mal gerappt? Ja. Ja. Kannst du was vorrappen ein bisschen? Das habe ich abgelesen. Dann lese nochmal ab. Okay, wo habe ich das? Kennst du keinen Text auswendig von irgendeinem Lied? Doch, alle Kinder Serien dieser Welt. Was? Alle Kinder Serien dieser Welt. Ach stimmt, stimmt. Das ist ja fast so gleich. Du musst nur den anderen Text vorsehen. Den kenne ich alle. Ich meine, ich könnte auch einfach nur so was wie Dragon Ball, Digimon, die könnte ich alle vorsehen. Das ist doch doof. Du musst doch was Gutes bitten. Das ist doof. Ich muss richtig schwimmen. Du musst ja schon richtig... Willst du ein Gangster-Image mit Polizeischutze oder willst du so einen übelsten Rapper machen? Das, was du für richtig heißt, weil ich will nicht in den Knast. Na, du kommst nicht in den Gefängnis dafür, wenn du ein Hals gingst. Das ging sehr mit Schuss. Außerdem, Cody hat gesagt, ich soll zehn Minuten entertainen. Wie soll ich das machen? Das kannst du vergessen. Zehn Minuten ist ja fast ein ganz Album. Ja. Willst du solche Sachen sagen wie, ja, ich bin Pinsel. Wer will Brett? Pass mir lieber mal die Pistel. Wär echt nett. Wollst du Sachen? Oder willst du so krankes Sachen sagen? So, weiß nicht. Also, warte, ich hab's gefunden, was ich damals abgelesen hab. Das war das. Okay, zeig mal. Show me your talent. Also, abgelesen hatte ich. Ich bin der Ronny Hobbs, hab ne Stimme wie ein Mops. Ja, aber das ergibt schon keinen Sinn. Mops hat keine Stimme. Ja, das ist ein Bellwine. Ich hau gerne fremde Autos, aber nur, damit sie nicht geklaut werden. Das weint sich nicht immer. Aber ich war bemüht. Und dann, hab ne Freundin abends. Lina, ich trage pink und nicht lila. Also, scheiße. Oh. Das wird lange dauern, wenn ich Pinsel schlafe. Ja, habt ihr dein Auto gefunden? Ja. Ja. Wir schreiben gerade Rap-Texte für Pinsel, dein Auftritt. Ui. Oder hier. Ey, yo, ich bin der Pinsel. Ich sag's euch ehrlich. Hier in Los Angeles leben man gefährlich. Meine Raps sind nicht für Schwache. Ich schwör's, wenn ich rap, fängst du an zu lachen. Ähm. Okay, das war schon mal nicht so schlecht. Okay, Werner, wir hören uns nicht dafür. Ja, tschür, tschür. Entwahl wie ein Safeties. Ach komm, du bist ein ekelhaftes Schwein, ne? Ich hoffe, dass du in deinen eigenen Kotze erstickst, du dummes Arschloch. Das war Willi. Da war der Ronny. Ich hab nicht gerülpst. Das war's, Willi. Das riecht dir voll nach Schwanz. Das ist der Schwanz. Ekelhaft, der Kölner. Äh, das ist aber nicht der Fiener. Äh, das ist aber nicht der Fiener. Warum? Weil ich auch Kölner bin. Ja, das sitzt doch im gleichen Taxi. Ja. Das Kolonia auch nicht. Ich bin doch schon seit deinen Füßen rum. Ja, wir sind das Kolonia-Duett. Äh, äh. Genau. Hallo, wir müssen uns konzentrieren. Boah, das riecht aber auch einer Schweineschmalz jetzt. Tschö. Aber dein hässlich vornehm, kriegst du ekelhaft. Also. Was ist denn? Frenze, wir haben nicht mehr viel Zeit. Your fans, ging ging. Ich bin's MC, oh, du Knacker. Oh, du Knacker. Was willst du dagegen tun, Motherfucker? Wenn ich komm und ich beraube. Bang, bang, bang. Nachts in der Stadt habe ich viele Träume. Ich schaue gerne fremde Kofferräume. Wer nicht abschließt, der ist faul. Wir brauchen auf jeden Fall einen guten Rhymer-Kofferraum. Boah, das ist... Ja. Das ist gar nicht so einfach. Kofferraum. Oder ein anderes Wort für Kofferraum. Was ist denn ein anderes Wort für Kofferraum? Google? Das heißt, du hast einen Kofferraum für andere Sprachen. Ah, no. Du kannst das so dinglisch-minglisch machen. Ne? Ich komm und klau dein Car. Anstatt ich komm und klau dein Auto. Ja. Kofferraum. Kofferraum. Gibt kein anderes Wort für Kofferraum. Na klar, es gibt doch auch Fremdsprachen. Okay. Kofferraum. Google, was? Kofferraum Englisch. Trunk. Das wird niemand wissen. Trunk? Ja. Wir brauchen einen Rhymer-Kofferraum oder ein anderes Wort für Kofferraum. Oder man umschreibt das. Man sagt so Sachen wie, ich nimm deine Karre auseinander. Und klau dein Zeug. Ja, das war gut. Hm. Jetzt müssen wir nachdenken. Erstmal brauchen wir einen guten Start. Oh Gott. Was habe ich mir nur dabei gedacht. Also müssen wir jetzt einen Gangster-Rap Ja, wir müssen jetzt einen Gangster-Rap für dich machen. Soll ich dir mal zeigen, was ich bis jetzt hätte? Oh mein Gott. Ja, zeig mal. Ja, zeig ja. Ja, zeig ja. Na ja, wir könnten das ja dann so zusammen Ja, ich schläf mich mal im Auto und ich krieg schon Rückschressen. Das wird sehr lange dauern. Zeig mal. Ja, das ist ein... Ey, jau. Ich bin ne Pinsel. Ich sag's euch ehrlich. Hier in Los Santos lebt man gefährlich. Meine Raps sind nichts für Schwache. Ich schwör, wenn ich rapp, fängst du an zu lachen. Aber da fehlt ein N. Ja, das ist ein N. Ja. Willst du nicht eher so was sagen wie Jo, ich bin Pinsel, Drogensüchtig und voll auf Pappeln? Wenn ich anfange zu rapp, Junge, fängst du an zu lachen. Das geht doch viel besser über die Zunge. Aber du nimmst keine Drogen, ne? Aber wir können das empfinden. Ah. Bräunentag heute schon. Ja, das wird jetzt... Ich setz mich auch rein. Das wird jetzt ne Mammutaufgabe. Vor allem, was hinzubekommen, was du rappen kannst. Also, wenn ich nen Text hab, dann löscht. Ich ratter den runter. Denn ich bemunte. Aber ich kann nicht freestylen. Weil ich hab das ja nie gemacht. Nee, du kannst ja ablesen. Du kannst ja ein Spicke machen. Das muss ich machen. Du musst mir halt sagen, wie du anfangen möchtest. Willst du ein Gingster sein? Oder willst du über Drogen verherrlichen reden? Dass du Drogensüchtig bist? Weil dann brauchst du eigentlich nicht mal nur sagen, yeah, yeah. Lieden und Koks. Yeah, yeah. Koks und Lieden. Aber das klingt nicht gut ohne Beat auf A Cappella. Genau, das denk ich auch. Boah, was hab ich schon getan? Ich bereue mein Leben. Kannst du mir nicht einfach in den Oberschenkel schießen? Na, und du kannst trotzdem mit Eingehen auftreten. Dann dreimal in die Brust. Ich hab gehört, dann wird mein Blut verhatschen. Hm, nee. Komm, du, wir schaffen das schon. Ja, gut. Oh. Okay. Frucht. Ich bin Gangster Ronny Hobbs und schießt das Barrio leer. Wenn ich hier bin und ihr auch, heißt es, ihr habt alle draußen kein Radio mehr. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Oder irgendwas meint. Eure Autos haben kein Radio mehr. Ich weiß halt nicht. Wir können so anfangen. Jo, ich bin Gangster Ronny Hobbs und schießt das Barrio leer. Und falls ihr's heute noch nicht gemerkt habt, eure Autos haben kein Radio mehr. Ja, warte, ich muss das mitschreiben. Nein, ich bin grad nur am überlegen. Aufschreiben tun wir es, wenn wir einen guten Start haben. Boah, da hab ich ja alles wieder vergessen. Ich kann mir das merken. Ja, das glaub ich. Hm. Da ist immer schwer, den Anfang zu finden. Ja. Und auch schwer für dich was zu finden. Ja, das muss halt passen. Ich weiß nicht, ich weiß immer, was ein Barrio ist und wenn ich mit so weiter schon gehe, dann lachen die doch. Boah. Oh, Google. Webtexte über Auto-Klauen. Nein, nicht Auto-Klauen. Auto-Leerräumen. Was ist denn? Der Song für alle... Du musst schon über dich sein und über dein Leben, sonst bist du nicht real. Okay. Was mach ich noch? Also, ich räume Autos leer. Du Klaus wie ein Rabe. Ich Kau wie ein Rabe, der ist schwarz wie die Farbe. Aber das ist ja ein Kontrast. Verdammt. Klaue wie ein Rabe. Ich bin Ronny Hobbs, Motherfucker. Klaue wie ein Rabe. Meine Art ist schwarz wie die... Irgendwas mit schwarz wie die Farbe klingt schon gut. Ganz viele wissen ja gar nicht, dass schwarz keine Farbe ist, sondern Kontrast. Die sind ja dumm. Ja, aber die rufen... Ja. Okay. Ich bin Auto-Knacker und dich Klaue wie ein Rabe. Meine Zukunft schwarz wie die Farbe. Aber wir feiern dann Sachen ein. Deine Zukunft gleich vorbei, eine Minute, weil du rammelst wie Hase oder sowas. Aber das kannst du gar nicht aussprechen. Weil dafür bist du Wideman Fluss. Also müssen wir so Haus mit Kindersachsen machen. Wideman Fluss. Ich kann das wirklich nicht. Wirst du noch ein anderes Beispiel? Was denn? Ab... Nein, Abbr... Wie macht die Biene? Z... Ja, und jetzt machst du Abbr... Ab... Nein, nicht so. Abbr... 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 die super mario oh mein gott wir müssen doch erst mal überlegen ja was zum testen wo ich mir ich kann sowas doch nicht ich muss üben ich rippe was rippen bedeutet ja klar genau oder wenn man stirbt ich ripp euch euer radio oder ich rippe euer radio macht die biege super fast fast wie super mario du kannst dann noch so wegen dem barrio und verhöke euer stuff im barrio oder so ich sag's dir ganz ehrlich bruder du bist gefickt du wirst dahin nachher stehen und nicht ein wort sagen ja das stimmt deswegen ich wollte schon absagen ich bin nicht vorbereitet du bist ein laufende katastrophe du unglücksbringer au du knacker pinsel ich rippe euer radio macht die biege super fast fast wie super mario ja das klingt doch schon okay ja zum glück habe ich gerade aufgeschrieben auf meinen zettel kann ich halt auch sagen und wenn ich kann oder wenn noch zeit ist dann flirte ich mit der schnecke bitch und wenn du das dies mich verhauen willst dann verstecke ich mich du wirst mich niemals füllen bin im schatten schwarz wie farbe und dann irgendwas mit dem rabe gedönst du kannst halt viel machen ich muss noch was googeln was mein was ist denn google so ein programm jaja habe ich noch nie gehört was man auch machen kann sind texte klauen welcher von irgendwelchen liedern einem versagen dass mein text das wird mituntergehen danach schlafe ich eine woche durch ja das ist ja so schlimm ganz schwach schwester kusch ganz schwach also nach dem abend heute da will ich eine woche durchpennen vielleicht schon einen monat oder ich mache ein jahrpause ich gehe nicht mehr vor die tür da kann ich mich nicht mehr blicken lassen du bist so ein arsch ja ach du scheiße also ich habe jetzt einen satz was denn das mit super mario ja das ist mein satz du arsch gewesen ich habe ihn privatisiert ich habe ihn privatisiert oh was haben wir nur ok und was na Autos abzuschließen was zu bieten guten abend herr los santos ich habe euch alle was zu bieten ich hoffe dass sie nie vergesst ich hoffe dass sie nie vergesst eure Autos abzuschließen denn ich bin Pinsel Autoknacker ich schwippe euch euer radio ich schwippe euch euer radio macht die biege fast 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 wie super mario ich stelle mal kurz vor du kannst mir nicht helfen ich bin ausgereist wir müssen nur überlegen ja ja ich bin ausgereist dass du das nicht vergisst und das vernünftig aussprechen kannst ach du verschissen ich glaube selbst wenn ich minimal wenn ich das verkacke das passt da macht ich gerade die denken alle das war absicht oder willst du Respekt oder willst du dass die Leute dich auslachen wolltest du nicht eh ein Feature mit Autos machen also musst du das eh lernen das hier ist mein Recall sozusagen oh Gott ich bin Pinsel und beklecker deine Perle überfallen darfst du mich nur nur bei drei Sterne hör mal auf zu kicken oh Eva Lord wo bist du? willst du beiten? irgendetwas mit dem Fallschirm springen wie falsch im springen nein das ist mir noch passiert ich bin noch gesprungen aber das weiß doch keiner wieso? bestimmt kennst du eine Da Vinci? was? 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 hab ich versprochen glaub ich was? 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 so ohne sinn was? 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 das ist mein Untergang was? 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 wer will stress alter wer will brett ich komm mit big peanut und push von rechts oder ich bin mit big p am start und wir pushen von rechts ich trage pink er trägt rot wir rauben dein auto aus und klauen dein brot was? was? ihras clothes t West Wer von euch Idioten will hier Stress? Weißt du, so fängst du an. Du beleidigst erstmal alle, die im Raum sind. Wer will Brett? Wer von euch Idioten hier will Stress? Wer will Brett? Ich hab Big P dabei und wir pushen von rechts. Big P dabei. Pushen von rechts. Kannst du das sagen? Wer von euch Idioten hier will Stress? Wer will Brett? Ich hab Big P dabei und wir pushen von rechts. Ja, das schaff ich. Und dann? Was war das? Ich trage pink und eher rot. Mach dein Auto zu. Ich hab Big P dabei und wir pushen von rechts. Ich trage pink, er trägt rot. Wir beklauen nicht nur dein Auto. Wir kommen, ja, du musst dann irgendwas sagen, so von wegen, so wir kommen auch zu dir nach Hause und wir klauen dein Brot. Was ist los? Nee, warte, warte, warte. Wer von euch Idioten hier wird Stress? Wer will Brett? Ich hab Big P dabei und wir pushen von rechts. Hol deine Gang oder renn, solange du noch kannst. Denn seit wann macht dich ein Bandana mit Fabi hier zum Mann? Oh, das sind böse Schüsse. Da werden dich alle verkloppen. Ja, das ist... Die werden da in den Ring kommen und auf dich draufhauen. Ähm... Also ich nenn die Dinger mal Schnuffeltuch. Fick die Bomben, fick die Grove und fick auch den Park. Schale ist geschissen, weil euch keiner hier mag. Die werden dich so verkloppen, alle. Und fick auch all die anderen Idioten, dessen Namen wir nicht nennen. War wohl nicht bei der Gangster-Konferenz. Habe wohl verpennt. Das wird richtig gut, Pinsel. Das musst du machen. Du musst dir die Straßen-Kredibilität holen. Also ist ja alle Gangs weg, die du meinst? Nein, bist du verrückt. Die knall ich ab. Ja, was sind wir davon? Wer von euch die Toten hier wirklich stresst, wer will breit? Ich hab Big P dabei und wir pushen von rechts. Und wenn ihr liegt, dann rippen wir das Radio. Was haben wir vorhin nochmal gesagt wegen dem Radio? Ach, Super Mario. Macht die Bege super fast. Fast. Das ist wie Super Mario. Genau, das können wir jetzt mit einbringen. Ich hab Big P dabei und wir pushen von rechts. Wenn ihr liegt, die Lutscher klauen, wie euch euer Radio. Machen. Wenn ihr liegt, ihr Lutsch, wenn ihr liegt, wie Lutscher, klauen wir euch euer Radio. Boah. Boah. Geht mir noch bei Brüchstein eine cool sichere Weste für heute kaufen. Oder nein? Machen die Bege super fast. Fast wie Super Mario. Fast wie Super Mario. Oh Gott. hol doch deine Jungs aus deinem Barrio. Oder komm doch mit deinen Jungs aus deinem Barrio. Wer von euch die Toten ihr wird stress Werbebrett. Ich hab Big P dabei und wir pushen von rechts. Wenn ihr liegt, wie Lutscher, klauen wir euch euer Radio. Machen die Bege super fast. Fast wie Super Mario. Oh oh. Was denn? Oh man kann die Nummer. Hallo? Bestimmt platten Label. Wer ist Felix Becker? Ach du wischst das. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Ja. Ähm. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich bin 10 Minuten Bündel, ne? Vielleicht. Ähm. Ich glaube du musst bei der Leitstelle vom Taxi anrufen. Weil ich schaff das jetzt nicht. Wir sind in der Pampa. Sorry. Oh. Einfach aufgelegt. Weil mir der Satz einfach egal war. Nee. 10 Minuten schaff ich nicht. Nee. Das nicht. Du kannst einmal wir können einmal 16 Bars oder so machen. oder du sagst du hast ein Gedicht geschrieben. Das geht auch. Wer von euch Idioten ihr wünscht das selber breit? Ich hab Big P dabei und wir pushen von rechts. Wir können das nur rumschreiben, dass das ein bisschen von den Zungen geht. Wenn ihr liegt wie Lutscher, klauen wir euch euer Radio. Machen super fast die Biege fast wie Super Mario. hol doch deine Jungs. Bring sie aus dem Barrio. Werden blutig runtergespült. Natürlich in den Darmklo. Das ist eklig. Ich hab voll Hunger. Ja. Boah. Wir haben zum Glück über ins Kette gefahren. Hier kriegt man das Feeling. Ja eben. Das hat sich hergefahren. Oder du machst Playback. Playback? Ja. Ähm. Wird er geschossen? Ich war gerade ein schwarzer Juggler. Aber Playback das funktioniert nicht. Du nimmst einfach ein Lied und tust so als wärst du das wie der eine letzte Mal beim beim Boxen. Ich hab auch so getan als der das gerappt und der war das gar nicht. Ach Quatsch. Ich sag Cody einfach ich mach eine Song und das war's. Nur Das wird aber echt schwer weil das kein 10 Minuten sind. Dann egal. Dann sag ich ihm ich schaff kein Wir können doch mal zu Cody fahren und dann mit dem Quatschen. Aber du kannst nicht absagen. Du hast einen Aufbritt. Jo, dann dann mach ich Freestyle. Irgendwie so. Boah, nee. Da sind zu viele die... Boah, ich kann mich die Mustern ausreißen. Kind. Wir machen, du machst einfach Playback. Ich find schon jemanden, der ein bisschen so klingt wie du. Komm, ich müsste mich nur auf den Boddich setzen, kurz ein paar Minuten, dass ich dir auch immer auf der Scheiße helfen muss. Du nimmst einen Auftritt an und hast keinen Text, nix. Weißt du, ich war bei dem Kostümball und hab gesagt, ich hab Sailor Moon gesungen und er so, wow, du kannst gut singen. Willst du auch beim Boxen singen? Warum sagst du sowas, wenn du es nicht kannst? Na, ich dachte so, ja klar, Sailor Moon, Pokemon, kann ich singen für 10.000, okay. 10 Minuten singen, okay. Und auf einmal kommt das raus, dass ich rappen soll. Ich find schon was. Gib mir fünf Minuten gleich. Ich hab den mitgerechnet. Dafür zeigst du das Essen. Ja. Ich hab schon eine Idee, Chad, wie wir mit Pinsel helfen können. Der eine Typ hat auch letztes Mal einen von Track Up gespielt und hat gesagt, der hat hätte er gerappt. Ich film schon was, Pinsel, keine Sorge. Ja. Und bestell was für mich mit, ich geh kurz auf Klo. Ja. Boah, ich hasse den so sehr, Alka. Ich muss kurz VOD-Mute, wir müssen uns ein paar Sachen dann hören. Das war von ihm, das war nicht der Junge. Oh mein Gott. Aua, was war denn das? Was zum Teufel. Das war nicht der Junge. Huch. So. Ja. So. Was. ��. Vielen Dank. 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 ... 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 Das klingt voll wie du. Absolut. Doch tut's wohl. Ah. Doch wirklich. Binst du das wirklich? Ja. Sonst hätte ich das nicht aufgenommen für dich. Auf dem Klo. Mit Handy. Ohne App. Vor allem das supergut. Das passt super. Aber kann man nicht einfach dodgen? Nein. Wir dodgen nicht. Es wird schon zu viel gedodgt. Manchmal muss man einfach eine Hose haben und durchziehen, Bruder. Was kann dir großartig passieren? Nichts. Aber... Das wird durchgezogen. Nicht. Du brauchst dich nicht schieben. Was? Na? Hey, wo gehst du hin? Du bleibst gefeindigt hier. Los, dein Mann. Ich mach das, aber ich... Ja. Was soll dir passieren? Trotzdem. Jeder in der Stadt hasst dich eh schon. Noch mehr hassen können sie dich nicht. Ich hab sogar einen Beitrag auf der komischen Scheine. Halt das Maul. Halt die Klappe. Du bist so dumm, der Junge. Du bist so dumm, der Junge. Du bist so dumm. Es kann dir nichts passieren. Okay. Alles wird gut. Ja, ja. Solange du das mit dem Playback nicht verkackst. Jetzt verkack ich. Du stellst dich hin und dann so jo und dann bam, bam. Und dann rappst du einfach aus der Seele heraus von Herzen drin. Genau. Und dann ist das Lied aus und dann sag ich, ja, das war's. Naja, du kannst nur deine Stimme verstellen. Dann sagst du... Dann sagst du so... Weiß nicht. Sowas wie... Verstehst du? Verstell mal deine Stimme. Ich alte Mensch kann deine Stimme verstellen. Ja. Du sollst deine Stimme verstellen. Boah, ich verrecke. Okay, was ist? Was ist? Sie ist so super duper. So machst du am Ende dann. Jo, was geht ab? Und dann wieder hau ich. Was machst du? Wie kannst du das, ohne die Hände zu bewegen? Das war mein Pimmel. Ich hab's wirklich... So, komm, wir gehen vor die Tür, hier wird es wieder 100 Grad. Und dann noch, dass du kein Pimmel verstellen kannst. Boah, voll der Turmbeutel. Komm. Kriegst du das hin mit Playback oder sollen wir nur voll üben gehen? Wir üben gleich. Wir haben nur eineinhalb Stunden damit kurz. Nun, wir gehen jetzt zu Cody so aufschließen. Wir müssen die Raumakustik üben. Glaub mir, das funktioniert. Ich bin Mastermind. Komm. Wir machen ein Lied prüfen. Komm, pass auf. Weißt du, was wir machen? Wir sagen zu Cody, wir wollen testen. Und Cody soll sagen, was er davon hält. Jeff, Cody. Okay, aber das... Nur gibt's, da rumzubummeln. Jeff, Cody. Hi. Tag, Tag. Können wir einmal die Akustik checken drüben? Ja, ich komm mit euch rüber. Pinsel schämt sich für sein Lieder. Ich bin gespannt. Weil der hat die Stimme verstellt beim Aufnehmen. Sag ihm, dass das gut ist, okay? Weil der hat kein Selbstwertgefühl. Komm, Pinsel, wir machen Akustik-Test. Du schaffst das schon. Ist super gut. Piddy by Lady. Denkst du, du kannst den Pinsel an Verstoppen? Du hast keinen Schwanz. Deine Runde war so krampfhaft. Du kannst auch eine Maske aufsetzen, Ronny, wenn du willst. Oh. Stimmt, du kannst dich komplett maskieren wie ein Rapper. Komm, wir kaufen eine Ballerklauver. Wie ging... Ach so, ja. Ist auch gut. Um 11 Uhr ist der Auftritt, ne? 11 Uhr? Ne, so 20 nach 11 ungefähr. Warum immer so spät? Weil um 11 Uhr ist erst bei Eröffnung, dann macht Willi eine Ansage, dann spielt irgendwie so eine Frau was mit einer Gitarre. Dann sind es zwei Kämpfe. Playback und live. Und dann kommt, äh, Ronny. Nein, der heißt nicht, Ronny. Der heißt MCD Pinsel. MCD Pinsel? MCD Pinsel. Okay. Das ist ganz wichtig, dass du den MCD Pinsel nimmst. Das musst du mit Jiggy klären, dass der das so auf den Zettel für den Moderator schreibt. Okay, MCD Pinsel. Ja, ich muss mich nur drum kümmern. Ja, aber wolltest du doch. Aber mach nicht zu laut, weil im Laden ist halt noch was los, ne? Ja, genau. Aber... Ja, klar, ja, aber ich... Du hast gerade gesagt, du kümmerst dich um dein Handy. Hä? Das hatte ich ja vor. Aber... Vermitteln kann man einfach nicht arbeiten. Was hast du denn da jetzt eine halbe Stunde auf dem Bottich gemacht? Ähm... Das kann ich nicht sagen. Ähm, ja. Also... Ja, Ronny, weißt du was? Ich geh einfach wieder raus, schließ dich hier in der Halle ein und ich komm um zehn wieder und dann hast du das bestimmt auf deinem Handy geregelt, oder? Ja, ja. Wie willst du denn Playback machen ohne Boxen? Bis gleich. Soll ich die Tür auflassen, oder soll ich die Eiche einschließen? Nimm ihn mit. Ich brauch zwei Minuten. Ich rufe euch gleich an. Ich warte vor der Tür. Zwei Minuten. Laufende Katastrophe, Junge. Du bist wie meine Mutter. Mit denen kann man nicht zusammenarbeiten. Auf was haben wir uns da bloß wieder eingelassen? Ich warte, ich sag Bescheid gleich. Ja, easy. Boah, der Junge ist ne Katastrophe. Der wollte doch grad schon das mit dem Soundboard und so klären. Und Anti-Hero-Dankeschön für den Prime 17. Kuss zurück. Boah, der Typ, ne? Ich wette, der braucht Hilfe. Okay. Und am besten musste ich jetzt alles restarten und dann installiert er das. Und dann ist der Server voll. Ne, Chef Cody ist in dem Laden. Ich weiß, ich park nur das Fahrrad da rein. Digi, machst du nachher die Ansagen? Ne, Willi. Willi. Ja. Jemand muss sich den Rapper-Name vom Pinsel aufschreiben. Dann musst du ja am besten zu Willi dann rüber. Dann ruf ich den Willi an. Ja, mach das, klar das mit ihm. Ja, wir, ähm, Pinat. Ja, Willi, du machst doch heute Ansagen, ne? Ja. Und der Pinsel hat doch einen Auftritt. Ja, schon wird gelesen. Ja, du musst dir seinen Rapper-Name merken. Du musst ihn so ankündigen. Ja, wie heißt ihm denn sein Rapper-Name? MCD Pinsel. Wie, MCD? MCD Pinsel. Ich hab eher gedacht, MC, ich mach der Kofferraum auf, äh, Ronny. Nein, MCD ist Zeit und Weißes. Und das ist kein Geheimnis. Du achtest drauf, dass da keiner reinhaut. Soll ich mir dann auch aufschreiben? Ja, ich achte drauf. Wenn da einer reinläuft, gib ihm ne Bombe. Äh, ich hab grad kein Stück. MCD Pinsel. MCD Pinsel. Alles klar, ich schreib mir das gleich mal auf. Okay. Okay, wir sehen uns ja eh vorher, dann kannst du mir das sonst nochmal sagen. Ja, nicht vergessen. Nein, MCD Kofferraum Pinsel. Nein, nicht Kofferraum. Ja, aber das ist doch sein Ding. Ja, okay. MCD Pinsel. Genau. Okay. Was heißt das nochmal? MCD Pinsel. Ja, ja, was heißt die MCD? Ja, die Pinsel. MC. Ach so, ja, ja, stimmt. MC, die Pinsel. MCD Pinsel. Jetzt hab, ach, jetzt hab ich jetzt auch verstanden, okay. Du bist einfach alt. Ja, dauert länger manchmal bei mir, ne? Ja, nur nicht in die Kiste, da geht's ratzfatz immer. Ja, ba-bam. Okay, dann bespräch. Okay, bis später, tschö. Hier kommt keiner rein. Was tüft der? Kommst du nicht rein? Da geht's doch hundertprozentig nicht hin. Tja, wir werden sehen, wir werden sehen. Das ist von der Arbeit gekommen, schön lecker Außenlaufen liefern. Je, je, je. Pinsel halt. Ach, ich würd so gern jetzt grad gucken, was der macht. Der ist bestimmt mega überfordert. Ich glaub nicht, dass der RP Soundboard runterladen kann. Ja, Maddie hat ja beim RP gesagt, dass der so einen Auftritt macht, ne? Und rappt. Wegen der Geschichte mit OG Toasty und so will er ja ein bisschen da mitmachen. Features und so. Und so wie Pinselnummer ist, kümmert er sich um gar nichts. Der weiß, der weiß das bestimmt schon seit ein paar Tagen, dass er den Auftritt hat. Ja, ja. Was geht der Pomodini? Ja. 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 Hast du hinbekommen? Ja, aber... Boah, ich hab, also, ich bin, pass auf, also, ich hab mir Gedanken gemacht noch. So, und, ich, hi. Hi. Ich verrecke, du, okay, ist mir hier. Warum stot, 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 stot hast du so? Weil ich bin so verfordert. Warum? Ja, weil, das ist so, okay, dann ist halt, das ist halt easy. Ich mein, okay, dann spiel ich das ab, alle denken, boah, Pinsel ist krass, dann versteh ich die Stimme, aber das, irgendwie, ich glaub, das passt nicht. Wenn, 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 wenn du mal überlegst, du hast hier einen, der redet immer, also, ne, ich rede ja so, was soll ich ja gegen tun? Und auf einmal sage ich so, ja, für den Song habe ich komplett meine Stimme verstellt. Dann fragt man sich, warum verstelle ich sie? Dann machst du das nicht, ich verstehe, was du meinst. Ja, das passt nicht. Dann sing einfach irgendwas. Dann wird es aber peinlich, aber das ist dann besser. Dann sing einfach. Und das, glaub ich, halt auch, auch wenn es peinlich ist und scheiße, das passt besser. Okay, dann sing einfach irgendwas. Sing von deinen Kinderlieder oder so. Ja, nicht mal das, ich rappe, Freestyle, ich mach hier einen Text fertig, ich bin schon am Arbeiten. Aber Freestyle ist nicht Text schreiben, Freestyle ist aus dem Kopf heraus. Und? Wir wissen ja nicht. Oder siehst du meinen Zettel hier? Ja, seh ich. Ja. Den hast du ja nichts drauf. Ist ja weiß. Okay, dann mach das so. Ja, das ist so, weshalb ich so lange überlegt habe. Ja, dann gib uns jetzt meine Kopfprobe von deinem Freestyle. Boah, nee, ich geh scheiße. Wir möchten das nachher machen, wenn die ganze Sache alles voll ist, wenn du dich nicht mal jetzt traust. Freestyle, Freestyle, ich trau mich. Warum gehst du nicht? Waschlappeln. Wow, das hast du nicht gesagt. Okay, soll ich dich überraschen? Okay. Überrasch dich. Was soll ich denn damit? Wegschmeißen. Mama, hast du weggeflogen? Hab ich gar nicht. War voll weggeheckt. Habt ihr die Glasflasche? Wir hatten nur das durch die Tür gesehen, die war zu. Die Glasflasche hat geklärt. So eine Plastikflasche. Das ist eine Plastikflasche. Ach, klar. Ich hab die ganze in die Ecke geworfen. Cody, es ist alles im Kasten. Das wird super. Okay, ja, perfekt. Das wird super. Das wird super gut. Wir sind schon fertig. Ach, schade. Oh, schade, baby. Wollt ihr euch boxen? Kurz, mit meinem Schuh? Nein, hier wird sich jetzt nicht geboxt, wenn wir nicht im Laden die Kunden sind. Peanut, du vielleicht? Ja. Ich hab nur. Alles gut. Ich hab dir doch alles gegeben. Ja, sind alles weicher, ja, ja, ja. Ähm. Oh. Du bist mir einer. Oh, ich danke dir trotzdem. Du bist der Wälder. Du bist mein Vorbild. Weißt du, dann musst du jetzt einen Text schreiben, oder nicht? Ja, mach ich. Aber ich muss aufs Klo. Ich wollte denen nur eine Aufgabe geben. Willst du ein paar Leute anhabern, dass die zu diesem Kiezklub gehen? Ja, das magst du nicht allein, oder? Ja, du fängst an. Ich geh kurz aufs Klo. Dann geh kurz aufs Klo. Da bin ich jetzt mal gespannt, was der sich einfallen ist, Idiot. Ich hab das so verstanden, als hätte er groß angepriesen, dass er irgendwas kickt. Also, was Gutes. Aber was soll er machen? Ist ja sein Gerica. Ein Digimon will dich begleiten. Der beste Freund all den Zeiten. Ich kann ein Püppchen anschließen. Bist du müde, da wünsche ich? Kukkulü. Scheint dem will nichts abzugehen, außer die wenn... Ach, doch gibt's gut. Hallo, wie die Hucke, du. Tett ist müde. Hallo, müde. Seit 5 Uhr wach, Alter. Ich hab immer noch Kopfschmerzen. Oh, wie war mein Passwort nochmal vom Schließfach? Oh. Oh, ich hab noch Crocs, ne? 0815, Lüge. Ich hab vorhin mal deine Geschichte erzählt, Juri, dass deine MLOs geklaut werden und resellt werden und so. Und wie schlecht du sagst in deinem Freizeit-Business-Ding. Doch, weil wir drüber geredet haben, was man machen könnte und so. Leute haben geschrieben, ja, eine Go-Kart-Bahn. Dann habe ich denen gesagt, oh, bringt mir dann gar nichts. Arme Juri. Wo stecken die sich denn da? Juri, mach dicht. Ja, was willst du machen? Okay. Was willst du auch machen, Bruder? Wenn deine Arbeit, die du tust, einfach ins Leere geht, investierst du so viel Zeit da drin und dann wird es einfach gerippt und resellt, Alter. Von irgendwelchen Idioten. Aber der Chat hat vorhin gefragt, ob man die Dinger nicht absichern kann, aber ich wusste darauf keine Antwort. Kannst du die nicht irgendwie verschlüsseln oder so? Wie hier auch bei 804 Zuschauer alle stirbt, aber... Ja, lasst es sterben, lasst es sterben. Ja, es ist so Rage und Peele leider nicht. Alter, es geht dem Bach runter. Aber es gibt ja 5M-Server irgendwie aus Russland und so, die halt einfach klauen, ne? Was willst du denn da machen? Eben. Hattest du nicht irgendwann mal auch erzählt, dass Leute aus Frankreich schon so die Sachen klauen und das viel zu aufwendig schon zu teuer wäre, die wegen Copyright irgendwie anzuklagen oder so. Natürlich nass, dein Regen ist voll cool. Ja, Ausland. Ja, da würde ich aber nichts mehr machen. Oder ich würde Sachen vorbereiten für vielleicht eine bessere Zeit. Und die nicht verkaufen. Weißt du, was ich mein? Damit du wenigstens streamen kannst und so. Bezeugt, dass du bastelst. Oder vielleicht, ne, okay. Nur ein Trusted verkaufen, nur für Leute auf anderen Plattformen. Wie alt wie. Was ist denn der, Alter? Ja. Ja? Ja, wie dann machst du Pipi? Ich glaube, hier ist, ich glaube, OG Toast ist in Cody drinnen. Ja, ich komme. Die hat angerufen. Okay. Komm mal. Okay. Dass du irgendwie reinrennst. Guck mal, Kuti, ich bin ja zu. Wollt ihr auch Actionfiguren? Oh, ich kicke in die Haut. Hallo. Oh. Nein, du bist so OG Toastie. Ja, ich bin das. Einen Moment, bitte. Kuti, guck mal, ich stehe hier als Erste, ne? Darf ich dann jetzt schon meine Actionfigur haben? Nein. Warum nicht? Weil es die erst abziehen gibt, wie das. Aber ich habe nicht sicher. Oh, Schatz. Guck mal, wir stehen. Wir haben gleich wieder. Ich muss nicht deine Promi-Karte hier auf dem Tisch legen. Das tue ich gar nicht. Doch. Aber zur Info, ich bin Uti Toastie. Danke. Model, Profi-Model. Model, Profi-Model, Wapperin und Profi-Wapperin. Und Profi-Wapper. Ich weiß. Ich bin auch Fan von dir, aber trotzdem wirst du nicht bevorzugt. Kann ich aber auch. Aber in sechs Minuten ist schon zehn Uhr. Ich will auch mein Püppchen. In fünf Minuten ist sogar schon zehn. Weil ich habe eine Uhr in meinem Käpfchen drin, die tickt und tickt und tickt, immer mit Hand. Was? Immer mit der Hand zählen. Wenn eine Hand vorbei ist, sind fünf Sekunden um. Und wenn zwei Hände vorbei sind, dann sind zehn Sekunden um. Wenn drei Hände vorbei sind, dann sind fünfzehn Sekunden um. Und wenn vier Hände vorbei sind, dann sind... Ich habe nichts zugehört, ne? Äh, das ist wenn... Also... Quasi du... Ähm, also... Ähm... Nicht die Schlange verlassen, sonst kriegst du kein Püppchen in vier Minuten. Äh, nee. Bin wirklich fahrgabend und dann... Ähm... Fühlst du dich bedrängt, Mila? Äh, ich... Äh... Ähm... Äh... Also... Ich hätte hier meine Actionfigur. Ja, in vier Minuten, Mila. In vier Minuten. Eins... Zwei... Drei... Zwei... Zwei... Ich bin gespannt, wie weit du zählen kannst. Eins... Zwei... Acht... Zwei... 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 Er hat mich zu verwirrt. Ja, du weißt ja nicht, wo ich bin. Hine... Zwei... 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 Oh, aber dann habe ich ja schon ein Püppchen. Egal, wir machen es auch. Ja. So, möchtest du dir was aussuchen oder soll ich dir ein random Menü zusammenstellen? Oh, ich möchte aber auf jeden Fall ein Tinker Päckchen drin haben. Das kriegst du. Ja, ein Tinker Päckchen vor allem. Und ein Fäcki Burger und den lässt du aussuchen. Okay, mach ich. Und ich will die Figur mit am wenigsten Aua. Okay, kriegst du. Cool. Päppchen. Okay. Und was kann man sich noch aussuchen? Einen Burger. Ich will einen Burger. Okay, welchen Burger? Welchen habt ihr? Hamburger Cheeseburger, Baconburger, CK Burger, Chicken Burger oder Hedge Burger? Bacon Burger. Okay. Dann darfst du dir noch einen Starter aussuchen. Apple. Hä? Einen Starter-Bund nehmen. Nein, kein Start-up. Ein Starter. Aber, äh. Glumander. Auch nicht? Das lässt schon Juri spezial. Du hast gesagt Starter. Okay, möchtest du Pommes, Potato Washes, Burrito, Corndogs, Maiskolben, Onion Rings, Cheese Nuggets, Chicken Nuggets oder... Cheese Nuggets. Okay. Twinkie, Blaubeermuffin oder Schokomuffin? Gut, dann sage ich beide... Schokomuffin. Erdbeer. Okay. Ecolosch, Sprung, Ice-Ti-Peach, Ice-Ti-Lemon, Wassermelone, Waldfrucht oder Trinkpäckchen? Trinkpäckchen, natürlich. Und... Ich bringe eine Finder. Ich bringe eine Banane oder Erdbeermilchshake. Erdbeer. 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 Erdbeer, Banane. Okay. Dann darfst du auch eben warten. Ich bringe das gleiche. Okay. Dann machen wir sechs. Hi. Pencil, gehst du kein Püppchen holen? Habe ich. Weißt du was, Audrey, was dir meine Frau glaubt nicht, dass du dich kennengelernt haben? Oh, warum nicht? Und die wird mich wieder peitschen, wenn ich dir sage, dass du dich getroffen hast. Und ich habe das Bild verloren, was wir gemacht haben. Wo du draufgeschrieben hast, die meine Frau so lieb zu mir seien. Oh, aber das war doch wichtig, oder nicht? Warum verlierst du das denn? Er ist mir aus dem Portemonnaie gerutscht. Oh, oh. Das ist aber nicht gut. Und seitdem peitschte mich. Und ich glaube, dass Trink hier einen Vogel getötet hat, auf den du unterschrieben hast. Oh, den Bösen? Ja. Oh, nein. Der hat den getötet und den Flügel hat die eingeräumt. Hängt jetzt im Flur. Oh, das ist aber... Warum macht die das? Weil die ist verrückt. Die hat doch in ein Schlüsselloch geguckt. Ja, ich habe das... Ich habe... Da war so eine verrückte Frau vor meiner Tür. Und er hat gesagt, ich soll rauskommen. Und ich stand da an der Tür. Ja, die hat sogar wie ein Affenbaby so einen kleinen Stock durchs Schlüsselloch gesteckt. Ja, ich habe gemerkt, ich war sogar in der Küchentür und auf einmal höre ich so und ich stehe da wie angewurzelt und höre nur, ich höre dich. Und ich so, oh nein. Und das vergesst du mir, dein T-Shirt zu geben? Das hat Pinsen gegeben. Ja, ich habe das... Ja, ich habe das aber abgegeben. Die reibt das immer in ihre Nase jetzt beim Schlafen. Lutsch Daumen. Okay. Und die glaubt doch nicht, dass du mit Pinsen ein Feature machen willst? Wir machen ein Feature. Und die glaubt doch nicht, dass ihr besteste Freunde seid. Aber wir sind doch besteste Freunde, oder nicht? Ja, aber das glauben die nicht. Ja. Aber auch nie sind wir. Können wir nochmal ein Foto mit allen machen auf dem Foto AB3? Aber wer macht das Foto? Also, sei lieb zum Peanut und Pinsen ist auch mein ABF. Dann glaubt ihr, dass ihr das seht. Okay. Vielleicht kann Chef Cody ein Bild machen. Ja, okay. Ja. Ja, das ist... Ja, okay. Und dein Zahnbister hat sie sich in den Po gesteckt. Was? Ja. Frag mich nicht, warum. Ach. Okay. Ja. Die ist... Ja, die ist wild. Die ist komisch. Komisch. Das ist eine echt komische Frau, ja. Ja. Der hat doch versucht, deinen Top anzuziehen. Aber hat nicht gepasst. Sagt, der hat dir so ein Kopftuch draus gepasst. Hast du heute einen Auftritt? Ähm, ich... Nee, eigentlich nicht, glaube ich. Der Pinsel hat aber einen. Ja, ich hab's schon gehört. Und du musst kämpfen. Er muss kämpfen. Der Pinsel muss kämpfen. Gegen wen? Weiß nicht. Hat Kuti gesagt. Und die hat gesagt... Du kannst gegen mich kämpfen, dann hau ich dich aus dem Leben. Ich hab gestern den Biggie verkloppt. Oh. Oh. Ja. Ich glaub, dazu hat er nichts zu sagen. Nee. Hallo. Der Pinsel ist heute schon ganz komisch, den ganzen Tag. Ach, Quatsch. Vergesst, wie der sein Auto geparkt hat. Oh. Vergess ich heute? Vergess ich? Ja, das vergesse ich heute. Oh, oh. Gut besser. Und der muss noch einen Songrap-Text schreiben für seinen Auftritt. Ja. Dein Auftritt ist übrigens in einer Stunde. Du kannst auch immer nur ein Wort singen, ne? Du musst es nur unterschiedlich singen. Ja, aber der hat keine Beats. Der muss A Cappella machen. Weißt du? Ja, Gank. Oder Nats, 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 Nats. Oder Nats, Nats, Nats. Nats, 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 Nats. Ich hab hier nicht... Ich hab hier nicht... Möhm, bürscher nicht, ja. Gank, 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 gank. Wo ist mein Püppchen? Ja, und er ist mir da. Ui. So. Warum bekommen die das zuerst? Nur weil die ein super dupe Star ist? Nee, weil sie zuerst da war. Ich war vor euch. So, das und das Actionpüppchen. Dankeschön. 1.000 Dollar, bitte. Mach 3.000. Ui, danke. Reiche Flügel. Ja, bitte. Dankeschön, lass es dir schmecken. Hey, du Freundin von Aragon. Dem Schwertmeister. Also erst dieser Egon, zweitens ist Ex- und drittens was? Ex-Freund. Kannst du ein Foto machen von uns? Von Eugen? Eine richtig schlechte Kamera. Ja. Mit Kanten. Mit Kanten. Ich kaufe mal eine neue. Mach ich. Ich frage Chef Clody, will ich da? Ja, warte. Hier, nimm erst mal das. Danke. So. Danke. Hast du dich tätowiert? Wo? Solche Dinge habe ich damals in der Schule immer auf den Tisch gekritzelt. Die Dinger hier. Das sah bestimmt gut aus. Du lässt dir das tätowieren. Ja. Nein, nein. 1.000 Dollar. Mach das bitte. Ich habe eine Karte. Okay. Was soll das? Gar nicht. Ich finde ich wundervoll. Du wirst nach Frieden töten. Ja, gut. Nahliegend. So, lass es dir schmecken. Sag mal. Wo ist mein Pöbchen? Das habe ich dir gegeben? Ja. Ja. Ja, okay. Okay. Danke. Bitte. Jemand braucht... Wir brauchen eine gute Kamera. Ja. Kannst du meine Frau mal Hallo sagen? Äh, dann Frau... Wie... Ähm... Wo ist die denn? Zu Hause. Und schläft. Äh, wie soll ich die denn jetzt halber sein? Vielleicht ist die ja wach. Wir können anklopfen. Ähm, okay. Ja. Ja? Dann musst du aber deine Security holen. Ähm, wollte gerade sagen. Ich habe die noch nicht erreicht. Dann sind wir deine Security. Und du kommst gegen deine Frau an? Wie? Na klar. Ich verkloppe die. Oh, echt? Na, nein. Die tut dir nichts. Und warum machst du das? Ich verkloppe die ganz. Die haut mich... Man sollte keinen Mieter-Jang. Nein, die haut mich mit Peitsche. Ach so. Jetzt so, ja? Frag doch Pinsel. Ihr habt mich gestern dreimal auf den Arsch gehauen. Mit Peitsche. Na, Pinsel? Ich habe es gesehen. Ungehört. So, Ronny. Chat, Goldie. Ja? Kannst du ein Foto von uns machen? Danke. Ich muss kurz was abholen fahren. Vielleicht kann Jiggy ja ein Foto von euch machen. Jiggy, kannst du ein Foto von uns machen? Äh, ja. Und einmal Taula. Irgendwo hier? Auf der Toilette? Ich dachte, du bist halt. Wegen des Kokomons. Das andere alles wird's halt. Nicht auf dem Klo. Hier. Hallo, Tim. Ja, such dir die Location. Schön Abend. Da vorne ein Steinwein. Ich hole dir die Boxhandschuhe, Jiggy. Können wir machen, ja? Oh, Boxhandschuhe. Ist hier so okay? Komm, Pinsel. Wollte die Säule drauf haben? Ach, ich mache mal so ein großes Foto. Soll ich mich ja vorlesen? Ja. Ja, aber vielleicht zur Kamera hin. So? Lass die Kamera. Warte. Ja. Tatsächlich. Oh, die Toastin muss auch mal eine coole Pose machen. Den kurz, die sollen ein bisschen weg. Eine coole Pose. Was? Und dein Hohengürtel ist auf. Gar nicht wahr. Ich lasse mich nicht nochmal verarschen. Es reicht mir auch irgendwann. Kannst du meinen Frau Hallo sagen? Ja, wenn du die zurückhalten kannst. Ne, die macht nichts mit dir. Vielleicht will die ich knutschen oder so. Bis später. Ja, die will. Will, will, will. Wann soll man Cheeseburger sagen? Ja, wenn ihr wollt. Auf drei? Ja, auf drei. Warte. Eins, zwei, drei. Cheeseburger. Cheeseburger. Ja, gut. Cool. Okay. Musst du das erst entwickeln lassen? Hast du eine alte Kamera? Ich gehe kurz in mein Büro, schmeiße den Drucker an und dann gebe ich es euch. Okay? Dankeschön. Okidoki. Kannst du das denn unterschreiben? Ja. Auch mit Fußabendruck? Kannst du mit deinem Zunge... Weißt du, was meine Frau gemacht hat? Was denn? Die hat aber die Autogrammkarte drüber geleckt. Oh, ähm, dein Faust, Herr? Die hat doch an dem Sitz von dem Auto, in dem du besitzt, an dem Sitz gerochen, wo dein Popo ist. Die war an meinem Auto? Ja, dein Mannaga. Aber das ist abgeschlossen. Dein Mannaga hat es aufgeschlossen. Der Kleine, der mal Fleisch sagt, Fleisch. Ach, Goofy. Ja, genau. Weiß nicht, wie der heißt. Fleisch hat er gesagt. Ah, das ist Biffy, ja? Der ist ein Mannaga. Biffy. Mein anderer Menager, mein anderer Menager ist Curtis. Soll ich den verkloppen? Mein dummer Name. Hä? Was ist so mein Name? Nein, der ist ganz nett. Wir werden immer bessere Freunde, vielleicht. Hab ich den noch nie getroffen. Der ist voll der starke Mann. Ähnlich, ich bin stark. Ich hab Biggie verkloppt. Ich mein aber, der entkämpfen ist denn nicht gut? Da ist der echt scheiße. Aber der kann gut aushalten, nervige Leute. Da ist der sehr stark, ja, ja. Wollen wir heute zum Kinderschminken? Heute kommt er nicht aus, glaube ich. Was ist ein Beat? Bruder, das ist Twinkie, die vor mir steht. Ja? Okay, kann man machen. Kinderschminken! Ich will nicht schminken, ich kriege Ärger. Okay. Also ich rutsche mal aus, dann schmink ich meinen Arsch. Und du kannst ja mitkommen. Ja, ich kann euch sagen. Ich kann euch schminken. Ja, ich schmink uns. Oh, oh. Mach euch zu meinen, bitte. Oh, die Kuti ruft an. Aber ich will erst die Autogrammkarte. Ja, Kuti? Ja. Weißt du noch, wie der im Hafen ist? Und ihr war mit dem Mario? Hm. Und Ranio? Ja, warum? Was ist denn? Hm. Hab vergessen. Hast du nicht von Muffin die Nummer? Ähm. Ja, ich kann dir wohl sagen, wo. Aber nur wenn ich... Also man fährt dahin. Ich weiß nicht, was du meinst. Wenn man dahin fährt. Glaube ich weiß es auch. Oh, okay. Ja, kein Problem. Tu's. Kriegst du Bluetooth oder Bild? Äh. Ich drück's euch einfach in die Hand. Moment. Ich hab jetzt drei Dinge ausgedruckt. Das passt klar. Eine von uns. Eine von uns. Eine von euch. Oh, schön. Och Mann, ich war ja abgelenkt. Oh. Das ist cool. Kannst du das unterschreiben, du Toastie? Äh, ja. Kann ich haben? Ich will hier alle meine Entchen schwimmen in die Höhe. Schwimmen in die Höhe. So. Köpfchen. Oh. Hm. Hopp. Hallo, Chris and Tim. Ist ein bisschen sehr ruhig, finde ich. Aber wir sind doch gerade nur an einer Stelle. Aber es sind ja heute auch Events. Kids Club hat auf. Ich denke mal, da sind viele. Und schreibst du da was von? Kannst du schreiben, sei lieb zu Peanut und Pinsel ist wirklich mein abendbester Freund? Ähm. Dann glaubt ihr das nicht. Doch, dann glaubt ihr das. Also, was soll ich schreiben? Kannst du schreiben? Sei lieb zu Peanut und Pinsel ist wohl mein ABF. Und dann so XO und die Toastie. Äh. Entschuldigung. Boah, wieder nicht. Und zu Willi hast du was gesagt? Ich habe doch Entschuldigung gesagt. Ja, Ferkel. Du bist ein Ferkel. Bah. Ekelhaft. Sogar. Aber runterschlucken mit Dings ist nicht ekelhaft. Hm. Möchen. Ja. Du Knalltüte. Hey. Screwholly. Dankeschön für Luisa im 36. Monat. Wann kusten? Immer, Bruder. Ja. Sorry. Habe ich gerade vergessen zu. Die Tür hier ist schon warm. Ja, und außerdem ist es so ruhig. Aber Ulti Toastie meint gerade. Da will ich kurz warten. Ach so. Ja, ja, doch, Karl. Gucke. Ich gucke zu. Wow. Nicht gucken. Peanut wird mit P geschrieben. Nicht peanut. Peanut. Erdnuss. Ich sage ja auch nicht Ulti Toastbrot zu dir. Und dann noch mein Name. Ja, ist ja Autogrammkarte, ne? Bist du heute denn auch beim Kämpfen dabei? Ähm, ich gucke auch nicht. Hast du denn ein Ticket? Ähm, ich brauche kein. Warum nicht? Ähm, weil ich habe Schlüssel. Wovon hast du einen Schlüssel? Von Kampfhalle. Die ist gehört. Die gehört uns. Oh. Nicht im Schiff, Cody? Ähm, ähm. Chad ist immer müde. Ich habe die gefunden. Was? Die Halle. Du brauchst ganz schön langsam schäuben. Lass mich in Ruhe. Ich habe verloren. So hier. Gibst du mir die? Ähm, ja. Ich gebe dir die. Ähm. Ich gebe dir die, ja? Ja. Gib es schön. Oh. Sei lieb bei Peanut und Pinsel. Das ist mein Baby. Oh, du tust dich. Okay, danke. Bitte. Können wir jetzt hier rausgehen, weil die ist echt langweilig hier. Danke. Und willst du jetzt Werbung machen für den Kies Club? Können wir machen. Hi, kommst du mit? Ja. Ja. Okay. Oh, da hat jemand Bock. Wahrscheinlich, weil die den Text schon drauf hat. Welchen Text? Was die im... Ach so, die macht keinen, ne? Heute, ne? Nein. Die hat keinen Luft, hat die gesagt. Boah, ich werde ein Alkapeller. Du willst ein Alkapeller bringen. Mein Auto ist das Blaue. Das passt zu deinen Klamotten. Oh, cool. Geben wir jetzt echt zum Schminken? Ja, oder nicht. Wollt ihr doch? Doch, okay. Jep. Die zahl dir die Scheibe, Arschlöcher. Ich hab nix gemacht. Jawohl. Ich ahne, guck mal, mit der Scheibe ist doch unten. Die Demolierer. Ich hab nix gemacht. Wo ist... Wo kann man Schminke kaufen? Bei einem Frisur. In der Schmink. Wo ist einer? Walter Gatau, das ist mein Laden. Nein, ich frag so Twinkies Lieblings Frisur. Aber das ist mein Laden hier vorne. Aber Twinkies Lieblings Frisur ist auch gut. Okay. Na gut. Okay, ich hab nur eine Stunde und ich hab schon fast angefangen. Das wird super. Hast du immer noch keinen Text? Na ja, doch. Aber ich wollt noch den vom Radio. Und Super Mario. Warum fragst du nicht O.G. Toast? Die ist doch Ripperin. O.G. Toast. Aber ich singe nicht. Nein, wegen Texthelfen. Texthelfen? Ja. Können sie brauchen ein Lied für damit? Ja. Du musst von deinem Herz singen. Du musst auf dein Herz singen. Du musst auf dein Herz singen. Hört wie es schlägt, wie es lacht, wie es weint. Wie es weint. Wie es weint. Wie es pumpt. Wie es glatt. Wie es schreit. Wie es schreit. Wie es schreit. In dicken Haaren, meine Frau. Ah. Hier. Vielleicht hat die auch Schminke. Soll ich euch schminken? Okay. Wem willst du erst schminken? Megal. Ladies first. Pinn sie zuerst. Wow. Ich bin zuerst. Oh mein Gott. Sie ist komisch. Du hast so eine Hackfesse. Ja. Wow. Du hast eine Hackfesse. Ja. Ich habe sogar einen Ex an. Aber ich bin höchst. Willst du mich schminken? Tante Marta einmal bitte glatze. Aber auf den Kopf diesmal. Ja. Okay. Danke. Du hast auch eine Schminkung. Meine Haare sind weg. Jetzt musst du Blünse schminken. Nee. Lasst euch von Tante Marta schminken. Okay. Bitte einmal schminken. Ich schminken. Schminken bitte. Ich habe schon richtig Bowling-Kugelkopf. Guck mal. Guck mal. Ja. Sieht aus, als hätte Cass bei der Geist in dein Gesicht geknugt. Guck mal. 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 Ich bin Gimmich. Guck mal. 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 Neufig jetzt? Jetzt siehst du voll hart aus, weil du so böse guckst. Guck jetzt aus dem tollten Pannabär. Guck mal. Und dann wieder das. Oder wie die so. Du würdest ja auch mal geschminkt. Mach' es doch wie ein Zebra. Ah wie ein Zebra. Oder ein böses Vampir. Kevin, danke schön für den Raid. Und hallo. Oh. Oh mein Gott. Oh, du bist da. Du machst den Schnaiper. Pinsel der Schnaiper. Sieht so dumm aus. Weißt du, mit Mink ist so wie... Und dann das. Dann passt die Brille da drauf. Ja, dann lass dich doch so schminken. Ja, schmink mal. Martha, Marga, Marguerite. Marguerite. Marguerite, sei Kekete. Ich bin Pinsel. Ich bin immer so am Schwitzen, dass die Schminke weggeht. Perfekt. Ich bin ein beautiful Mann. Willst du dir noch was anziehen für den Auftritt? Was Cooles? Cooles? Oh ja, unbedingt. Sonst erkennen dich alle, wenn du versagst. Ähm. Ich glaube, sobald ich es mal aufmache, könnte es sein, dass die trotzdem mal kennen, wenn ich bin. Ja, musst du wissen. Was machst du da? Geht's dir gut? Was? Oh, ihr seid pittig, ja. Du kannst doch deine Zunge nicht da reinstecken. Ich will nicht umsehen. Ja, aber du möchtest das nicht. Du bist so deinem großen Auftritt. Ich bin nur super sexy. Ja, aber du rennst jeden Tag mit den Klamotten rum. Du ziehst dich nie um. Ich habe mich schon gerucht. Ja, du stinkst schon. Ich will dir sagen, einer, der jeden Tag ein rote Churlern hat. Deshalb gehe ich mir jetzt so neue Sachen kaufen. Ja, ich auch. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Vielleicht gehe ich auch neue Sachen holen. Oh, oh, oh. Was ist da? Das sind Panzer. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Die fangen zum Schnupi. Schnupi? Ja, der Hund hier. Der Hund? Oh, wie waren die? Da vorne. Da vorne sind die. Rennt weg, da kommen Panzer. Da sind Panzer um die Ecke. Rennt. Da sind Panzer, Jungs. Die beiden, alle cool. Schnell weg hier. Die glauben uns nicht. Ja. Die glauben, warum glauben die uns nicht? Weiß nicht. Bist du sicher, da war ein Panzer? Ja, die sind doch vor uns gefallen. Hab nicht hingeguckt. Boah. Ey, wüsste, warte. Ich dodge. Ich lauf weg. Scheiße auf mein Auftritt. Da sind die Panzer. Oh, oh. Oh. Die wurden schon eingespitzt von so einer komischen Abbombe. Und Henkel ist schon was. Schnell weg hier. Haben wir die gesehen? Die haben gegen den Automaten getreten. Ja. Ja. Das ist nicht unser Business hier. Boah, wüsste, warte. Was ist mit deinem Auftritt? Willst du nicht machen? Doch. Um den Link. Aber. Sing doch einfach ein Lied, das es schon gibt. Haben wir auch schon gesagt. Das ist ein Cover. Cover ab. Mach Cover ab. Sing doch einfach den Digimon. Ja. Ich gebe nur was drauf. Hey, lass das. Tu. Hi. Oh, oh. Hi, Ronny. Hi. Hi, Peanut. Wer bist du? Ich bin der Kämpfer. Ja, du. Du hast die Maske auf. Okay. Das ist ein Kämpfer. Kämpfer. Mein Hemd. Ich glaube, ich ziehe mit Flipp-Flups an. Flipp-Fops? Ja, Flipp-Fops. Ich bleib so, ich muss stinken. Die Flipp-Fops ist gut. Ich bin für den Geruch. Die Flipp-Fops bietet sich an. Du bleib so. Klar. Okay. Was sagst du zu meinen Flipp-Flups? Wild. Ich habe schon seit Monaten meinen Fußnagel nicht geschnitten. Hm. Was züchtest du da? Fischepins. Geil. Sag Bescheid und fertig ist. Kämpfst du heute? Nee, aber ich stelle mir gerade mein Outfit zusammen. Ich will als mexikanischer, mysteriöser Mann auftreten. Dann gehst du also zur Mystery-Box von Amazonas. Exakt. Das ist nicht der, Alter. Ich komm dir. Bist du auf Crack? Hau rein, Kämpfer. Crack, hau rein. It's only a game. Danke für den Primes im Monat. Hallo, ich habe abgeschlossen. Ja. Ähm, Cepina? Ja? Ähm, Entschuldigung. Darf ich... Ähm, darfst du mich zur Verwahrstelle kurz fahren? Ich muss eben zu unserem Kaderladen. Okay. Ja. Aber wir waren doch im kleinen Laden. Nein, aber unser Lager, da muss ich hin einmal. Okay, wo soll ich hinfahren? Ähm, du kannst mich ruhig zur Verwahrstelle. Ihr müsst nicht mitkommen. Aber wir können auch mitkommen. Auch mit... Dann müssen wir zum Hafen. Okay. Fiense, kannst du GPS machen? Fiense, weiß gar nicht, wo das ist. Verwahrstelle. Dann sag uns, wo das ist. Ähm, beim Hafen. Ich bin nicht gut in der Kern. Ich dachte, du willst die Verwahrstelle. Ja, aber... Ihr wollt hier mit, oder nicht? Oder nicht mit? Dann frag mich zur Verwahrstelle. Doch, wir kommen auch mit. Ja, dann zum Hafen. Pinse muss eh mal das jetzt einen Text schreiben. Ja, das ist noch da anstrengend. Ah, ich schenk mich an. Guck mal, beim Hafen... Der ist groß. Ja, aber du musst da, wo... Ähm, der Hafen... Da rechts, ne? Ja. Wo auch Metro ist. Aber du darfst nicht zu Metro. Nicht zu Metro darfst du nicht. Du musst quasi... Du musst quasi... Man fährt hier so und dann... Nein, das verstehe ich nicht. Ich fahre Metro. Fährt... Nee. War hier. Wo denn? Ich seh nicht. Ähm, nicht zu Metro. Ähm... Boah... Äh... Bierverlust? Mach GPS, okay. Und du hast... Klamotten laden? Ähm... Lager. Unser... Unser Lager ist da. Was wird gelagert? Klamotten. 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 Aber wir haben noch nicht viel. Aua. Noch nicht viel. Alles gut? Ja, mir ist nichts passiert. Und dir? Nö. Okay. Haben wir das Ding betroffen, oder war es der Wind? Der Wind. Der Wind. Das himmlische Kind. Oh, das könntest du rappen, Pinsel. Der Wind? Der Wind. Das Wind. Der wimmlischen Kind. Na, oder ich... Also... Es reitet spät durch Nacht und Wind. Der Pinsel mit seinem unehelichen Kind. So was wie die Imon. Oder Mäuse Ranch. Und das kann ich alles. Das ist ja kein Problem. Notfalls könnte ich das auch. Aber... Aber... Ich glaube, das wäre sinnvoll. Was wäre sinnvoll? Du ziehst den Schwanz ein. Ja. Man zieht nicht den Schwanz ein. Nee, senk mich. Mein Gehirn arbeitet nicht, weil so viele sterben. Dein GPS ist frei. Nein, da hinten ist die Halle. Hinter uns. Ja, ich muss wieder hier fahren. Ja. Das GPS war richtig. Okay, wohin? Hier. Wo? Also fahr jetzt mal langsam, ne? Jetzt mal schön entspannt einfach mal. Willst du zu einem geilen Namen? Wohin? Nein, dann würde ich sagen, schnell. Jetzt rechts. Und dann... Wir sind ja gerade schon vorbeigefahren. Warte, warte. Kann man hier durch links, links? Da guckt man, da links ist die Halle. Hier kommt man nicht durch, glaube ich. Na klar. Wow. Äh? Wow. 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 Halt. Stopp. Stopp. Oh. 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 Bang. Wie gesagt. Komm her. Junge, die lacht wie eine, die verrückt ist. Ein bisschen. Was hab ich noch getan? Nie wieder in meiner Stadt. Oder ich muss mir vorher wärmern. Was musst du? Ruf doch nur mal den fettfreien Cheeky Freddy an. Vielleicht springt der für dich ein. Wie der reich war. Tja, dann musst du dich heute blamieren. Komm, ich will dir was zeigen. Einen Platz, an dem sich meine Leute rumtreiben. Dicke Häuser, fette Waber, ein paar Bäume. Menschen aus Drogen. Hier platzen Träume. Mach die da. Um schön. Mein Guck, mein Guck. Das könntest du rappen. Mein Gehirn geht nicht zurück. Dann rapp doch das, was ich gerade gerappt hab. Das ist doch super, super easy. Ich brauch nur den Satz, Radio. Mach doch. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Füttel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Guck. Meine Gedanken, mein Herz, meine Seele, meine Welt, reicht vom ersten bis zum sechzehnten Stock. Du und dein Einfamilienhaus lachst mich aus, weil du denkst, du hast alles, was du brauchst. Doch in meinem V scheint dir die Sonne aus dem Arsch. In meinem Blog weiß es jeder, wir sind Stars. Hier bekomm ich alles. Hier muss ich nicht mal weg. Hier hab ich Pinsel, Twinkie und Sex. Die Bullen können kommen. Doch jeder weiß mir Bescheid. Keiner hat was gesehen, also können sie wieder gehen. Also können sie wieder gehen. Hey, mach das doch, Pinsel, das doch so. Komm, wir ändern das oben. Was hältst du davon? Okay. Wo müssen wir hin? Kriegst du das hin oder willst du mich blamieren? Ob ich das hinkriege? Ja, das ist doch super easy. Ja, ja. Okay. Kannst du mir auch merken. Ja, du musst dir eine Spickzeile machen. Komm, eine Spickzeile brauche ich. Aua. Wo fahren wir jetzt hin? Ähm, ich weiß nicht. Ja, du musstest doch da zum Leuten, Twinkie. Ja, da war ich. Dann können wir jetzt kurz sie halten und für den Pinsel einen Text machen. Ja, okay. Weil der Pinsel hat noch 20 Minuten ungefähr. Okay. Also für den Notfall singe ich den Pokémon-Liedern und so. Ja, aber du kannst, kriegst du das nicht hin? Das ist abgelaufen. Das ist auch abgelaufen. Oh, ich habe Kopfschmerzen. Bis morgen. Ob, 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 ähm, wie die Autos da wegfallen können. Hast du schon, okay. Ja, gut. Pinsel? Okay. Ja, gut. Ich bin gerade bei so einem dicken Auto. Hey, ich bin Erdnuss. Ähm, der heißt Erdnuss. Äh. Äh, ich glaube, ich habe keinen Auftritt. Ja. Ich fahre, ich wollte nur er, ich bin unter. Was? Komm. Okay. Ja, bitte. Lange ich das ändern. Komm in mein Job, in Jobüberfall. Dann komm ich ins Knast. Dann bin ich safe. Du kannst, kannst, das kannst du doch so vorlesen. Du in deinem Familienhaus lachst mich aus. Weil du denkst, man kann es rappeln. Du in deinem wilden Haus lachst mich aus, weil du denkst, du hast alles, was du brauchst. Doch in der Sand, das scheint mir die Sonne aus dem Arsch. In meinem Blog weiß es jeder, ich bin ein Star. Hier bekomme ich alles, hier muss ich nicht mal weg. Hier habe ich Autos zum Klauen und mit Peanuts-Sex. Die Bullen können kommen, doch jeder weiß Bescheid. Aber keiner hat was gesehen, also können sie wieder gehen. Okay, ich muss gestehen, es ist dreckig wie eine Nutte. Doch ich weiß, das wird schon wieder mit ein bisschen Spucke. Mein schöner weißer Plattenbau wird langsam grau. Darauf geschüttet, ich werde auch alt und grau im V. Das ist doch super easy, da hast du doch einen Text. Ja. Okay. Oder ist das auch wieder zu krass? Nein. Das Problem ist eigentlich, mir ist er in den Bein nicht, da ist mir scheißegal. Der Willi aus dem Ersten war früher mal Rauschmeister. Seitdem er aus dem Knast ist, ist er unser Hausmeister. Er ist oft bei den Nutten aus dem Zweiten. Jetzt verkauft sie Fotos, okay, das darf man nur nicht sagen, beim Po-Ausweiten. Der Fetischist Biggie aus dem Dritten. Nein, der Fetischist Biggie aus dem Fünften kauft sie gerne. Er sagt, die Hanni sieht aus wie kleinen Sterne. Ach, mach, weißt du was, mach doch, was du willst, du Arsch. Warum soll ich mich für dich bemühen? Du lehnst alles, was ich sage, immer ab. Dann kitzel auf deinem blöden Blog selber Texte für dich. Und steh dann gleich da. Ich bin Pinsel, äh, 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 ich muss los. Mach doch, Arschloch. Wo fahren wir hin? Wie kann? Das Ding ist, das würde niemand dem abkaufen. Dann kälst du. Aber er hat, guck mal auf seinem Blatt Papier, Hutschitoastie, guck mal. Ja. Da steht nicht Einsatz. Doch. Ja, aber nur weil du aus dem Ghetto kommst, kann er... Da steht... Ich komm nicht aus dem Ghetto, ich komm aus Arizona, ich komm vom Land. Du waffst aber so wie aus dem Ghetto. Nö, ich lese das einfach nur vor. Du waffst wie eine andere Person. Auf jeden Fall. Gar nicht, wahl, du aus. Und, ah. Lüge. Bis jetzt steht hier drauf. Vielleicht aus dem Ghetto. Hier steht bis jetzt. Ja. Heyo, Leute, ging, ging. Ich bin der Pinsel, aka, Autoknagger. Und dann, nach, das, was wir schon hatten. Nachts in Los Santos habe ich viele Träume. Ich schaue gerne in fremde Kofferräume. Sagst du euch ehrlich, hier in der City-Lieb-Mange fertig. Und dann, meine Rhymes sind nix für schwache. Wenn ich schwache, fängst du an zu lachen. Fertig. Ende. Aber das sind sechs Paar's. Easy. Guck mal, mehr als null. So, meine Freunde, die sind cool. Ich kenne nur ein Wort, was hier auf cool reimt. Und das kann ich nicht leiden. Nee, das ist doof, das ist doof. Meine Freunde, die sind cool. Dann sag doch an, statt cool. Meine Freunde, die sind fresh, wenn die kommen, knackt dann alles weg. Meine Freunde, die sind fresh, wenn die kommen. Ach, was soll der Kopp randet? Ach stimmt, du hast ja nur einen Charakter, ne? Sie sind da großartig. Buxen, das war's. Also, meine Freunde, die sind fresh. Wenn die kommen, knacken wir alles weg. Okay. Wenn die kommen, knacken wir alles weg. Ähm, einmal um Park. Ja? Und warum? Die Park doch auch aus. Ein Parkhaus. Ja, was besser. Okay. Ich komme gleich wieder. Oh, ich hasse euch, guckst, ne? Ihr macht nie Arbeit. Was soll das jetzt bringen, wenn man hier das Auto parkt? Das ist immer nur die Syncrenge-Dschungel. Was soll das denn sein, wenn man hier das Auto parkt? Flip-Flops every day. Entschuldigung. Ihr seid verziehen. Aber ganz schnell, Peanut. Aber ganz schnell, Peanut. Hallo, Multipass. Jetzt ist sie komplett zu ihrem Matsch. Dappel nicht wieder. Warte. Und hast du... Okay, also pass auf. Warten Sie die Toastie. Was hast du jetzt genau? Also. Also, es geht so. Hey, ihr Leute. Ging, ging. Ich bin... Oh, haltet euer Fick, Mario Bitches. Ich hab's lange gesehen und doch wiedererkannt. Also. Was geht, Mike? Boah, ich hab meine Pistole noch dabei. Die lassen mich damit nicht rein. Boah, ich... Da höre ich das schon wieder in den Busch. Krieg ich die Brüder oder die Toastie? Ich komm, ich komm rein, ohne durchsucht zu werden. Oh. Da schmerzt sie. Oh. Ja komm, hau raus, Pinsel. Nein, du, der muss weg. Wo kommst du denn her? Aus dem Busch. Oh. Oh. Jetzt kommen wir alle her. Du musst kurz... Du musst kurz... Du musst kurz... Hey, du musst gehen. Wie habt ihr hier so ein Sechs-Augen-Gespräch? Ja. Ja. Wir bereiten Pinsel seinen Auftritt vor. Okay, okay. Das ist top-sequel, Demalox. Loh, brauche ich denn? Kick den Freestyle. Also... Ähm... Meine Freunde, die sind frech... Damit fängst du jetzt an. Wenn die kommen, dann... Nein. Dann rapp von vorne. Ey, und Leute... Ging... Gar nicht. Du machst es nicht besser, wenn du die ganze Zeit redest. Boah! Genau, dann red nicht die ganze Zeit, oh Toastie. Befe. Du kittest mich. Ich kann dir gerne den Radio reiben, aber dir fällt mir nicht mehr ein. Oh. Oh. Das war nicht geplant. So, warte, warte. Wippen euch... Ähm... Fast wie Super Mario. Hallo, ich bin Pinsel. Ich rip für euer Radio. Mach die Biege super fast fast wie Super Mario. Ah, ja. Äh... Damit würde ich anfangen. Hallo, ich bin Pinsel. Ich rip für euer Radio. Mach die Biege super fast wie... Ey, yo Leute. Ging, ging, gedo, gedo. Ich bin Pinsel aka Autoknagger. Und dann... Und rip für euer Radio. Ja, aber du kannst... in der Nachtsinn des Handels habe ich... Boah. Hier auf Dach. Ich lass dich mal allein. Okay, oder so? Der wird voll verkrassen. Ja, aber der Bauchhaus sei nur... Darf man Leute erschießen? Nein. Das ist gegen das Gesetz. Ich lass dich das machen, okay? Ich geh die Üben irgendwo hin. Ja. Ich nerf dich weiter. Ja, scheiße. Und setz dich unter Druck. Ja, ein bisschen nur. Also, nachts in Los Angeles habe ich viele Träume. Ich schau gern in fremde Kofferräume. Ich rippe euer Radio. Und mach die Biege fast. Fast wie Super Mario. Okay. Und dann... Ich sag's euch ehrlich. Hier in der City lebt man gefährlich. Meine Raps sind nix für Schwache. Ich schwör, wenn ich rapp, fängst du an zu lachen. Meine Freunde... Mach, mach, warte. Darf ich ein Verbesserung machen? Ja? Mein Rap ist nix für die Schwachen. Weil das fremd sich besser auf Lachen. Mein Rap... Ist nix für die Schwachen. Ist nix für die Schwachen. Ja. Ich schwör, wenn ich rapp, fängst du an zu lachen. Meine Freunde, die sind fresh. Wenn die kommen, knattern wir alles weg. Ich bin einer der ganz Großen. Ich lauf Amok mit vollen Hosen. Der ist super. Der ist super. Der kann von mir. Fuck, die ist schöner Maut. So. Worüber kann man noch? Jetzt haben wir Freunde, jetzt haben wir Liebstahl. Irgendwas über mein Freund Erdnuss. Irgendwas über mein Freund Erdnuss. Ja. Also was... Also was... Letzter Satz von deinem Text nochmal. Ich bin einer der ganz Großen. Ich lauf Amok mit vollen Hosen. Also... Vielleicht noch irgendwas überschnurren. Ich hab kein Geld. Ich bin Pinsel, den jeder kennt. Und... Hey Leute, eine Frage. Habt ihr ein paar Cent? Ich bin Pinsel, den jeder kennt. Oder ich bin Pinsel, übeler Röcker. Hey Leute, hat einmal einen Dollar. Der mit ein paar Cent ist besser. Ich bin Pinsel, den... Ich bin Pinsel, den jeder kennt. Ich bin Pinsel, der Boss, den jeder kennt. Doch eine Frage hab ich. Habt ihr ein paar Cent? Danke. Naja, musst du selber wissen, was er da sagt. Dass du dich immer so was freust, ne? Zeig eigentlich, was für ein trauriges Leben du hast. Da muss ich dich direkt mit dem Arm nehmen. Soll ich dir was beim Kaffee Nura besorgen? Ne, warte. Gib mir die Kohle, das Zeug kriegst du morgen. Soll ich dir... Soll ich dir... Bei Kaffee Nura was besorgen? Dann gib mir die Kohle, das Zeug kriegst du morgen. Warte, ich hab noch einen. Oder geh zu Cody, die Burger sind tight. Und wenn du arbeiten willst, ruf ein Taxi, ich fahr dich in den Wald. Burger sind tight. Sag die nochmal. Also, irgendwas mit Kaffee Nura... Was besorgen? Soll ich dir bei Kaffee Nura was besorgen? Was besorgen? Dann gib mir die Kohle, das Zeug kriegst du morgen. Das Zeug kriegst du morgen. Das Zeug kriegst du morgen. Oder fachst du Cody, Mann, die Burger sind tight. Wenn du arbeiten gehst, ruf ein Taxi, ich fahr dich in den Wald. Burger sind tight. Und glaub mir, das ist kein Hinterhalt? Nee, warte. Und dann fachst du Cody, Mann, die Burger sind tight. Brauchst du Arbeit, fahr ich dich in den Wald. Brauchst du Arbeit, fahr ich dich in den Wald. Denn ich bin Pinsel für jedes Kind ein Held. Wenn du mich kennenlernen willst, komm zum Tinderfeld. Wirst du mich kennenlernen? Komm zum Tinderfeld. Wirst du mich kennenlernen? Komm zum Tinderfeld. Oh Gott. Ähm. Und dann sowas wie Chicky Chicky, yeah yeah. My Grobe, you bitches. Das kommt dann am Schluss. Ich bin voll süß, bitte gib mir nen Kuss. Chicky Chicky. Wir sind am Schluss. Gib mir Applaus und ich will auch einen Kuss. Bonnie? Ja? Ist das dein Taxi? Nein. Wisst ihr, wer damit gekommen ist? Nein. Du bist Taxifahrer? Ich bin auch Taxifahrer, aber mein Auto steht drüben. In der Dingsgarage. Okay. Ich schau mal weiter, vielleicht finde ich den Bösewicht noch. Sonst wird er abgeschleppt. Okay. Oder sowas wie Sag mir mal ein Wort, was ich schreibe auf Hausverbot. Hausverbot? Na sowas wie Hausenbot. Brauchst du Hilfe? Ich bin für dich da, du Idiot. Kann er wann nicht auf Hausverbot? Oder sowas. Geht. Hallo. Liegst du im Krankenhaus und brauchst du ein Brot, kann ich sie nicht bringen, denn ich habe Hausverbot. Das ist so schlecht. Das ist toll. Sag besser nicht, dass das Rap ist, denn du hast ein Gedicht geschrieben. Boah. Boah. Ähm, okay. Warte mal, ich stehe. Und wie schaut das? Ja, wir sind gerade voll die Lines am Drogen. Soll ich dir was schicken? Oder soll ich sie vorsagen? Vorlesen. Okay, von Anfang an jetzt. Ja. Also, heyo Leute, ging ging. Ich bin der Pinser aka Autoknacker. Nachts in Los Santos habe ich viele Träume. Ich schaue gerne in fremde Kofferräume. Ich rippe euer Radio, mache die Biege fast. Fast wie Super Mario. Ich sage euch ehrlich, hier in der City leben wir gefährlich. Mein Rap ist nichts für Schwache. Nee, mein Rap ist nichts für die Schwachen. Ich schwöre, wenn ich rap, fängst du an zu lachen. Meine Freunde, die sind fresh. Wenn die kommen, knaddern wir alles weg. Ich bin einer der ganz Großen. Ich lauf Amok mit vollen Hosen. Ich bin Pinsel, der Boss, den jeder kennt. Aber eine Frage habe ich. Habt ihr ein paar Cent? Hat hier jemand ein paar Cent? Hat hier jemand ein paar Cent? Hat hier jemand ein paar Cent? Soll ich dir mal Kaffee Nora was besorgen? Gib mir die Kohle, das kriegst du morgen. Scheiße. Du darfst nicht beim Morgen lachen. Ja, das schaffe ich. Und dann weiter, weiter. Oder warst du Cody-Mann? Die Burger sind tight. Brauchst du Arbeit, fahr ich dich in den Wald. Nenn ich beim Pinsel für jedes Kind ein Held. Wenn du mich kennenlernen willst, kommst du zum Tinder-Fan. Liegst du im Krankenhaus und hast Bock auf Brot? Kann ich dir nix bringen, weil ich hab alles auf Brot. Oh Gott. Ja. Oh, ich schwitze. Und das musst du jetzt noch super cool rüberbringen. Hab ich richtig Bock, sei mal ne Deutschen. Nee. Zieh das mal durch. Ja, ich zieh das mal durch. Du musst am Ende noch so sagen, Chiggy, mic drop. Am Schluss. Chiggy, chiggy, wir sind am Schluss. Ich bin voll süß, gib mir einen Kuss. Und dann kannst du sagen, Grüße gehen raus an Big Peanut und OG Toasty und Twinkie. Grüße gehen raus an Big. Hallo, Team Master. Wer ist Big Peanut? Ich bin Big Peanut. Ah, Erdnuss. Erdnuss. Wir sind raus an Big Peanut und OG Toasty. Okay, bist du bereit, Tiger? Let's go. Reicht das? Das reicht, oder? Klar reicht das. Ich mein, das ist locker, der Text ist locker für den Auftritt von 10 Minuten gedacht. Ja. Auf geht's. Hat er so lange gedauert. Komm mit 10, ich will ein Schwanz sein. Nein, nein. Ich bräuchte hier meine Maske an, das kann ich ja klauen. Fuck. Boah, dann kommen auch immer mehr. Ich glaube, das Ding ist voll. Ja. Halt es sehr ruhig. Warum gibt's ein Problem mit meiner Karte, dass ich denn rein darf? Hast du eine Knarre bei? Also, ja. Also, die Toasty ging. Ist doch auch einfach reingekommen, oder? Ja, aber die gehört der Halle oder so. Ach, gehör der schon. Du hast leck' die Scheiße, Alter. 50 Vers. Tempel kommt nach, oder was? Okay. Lull, der PC ist schon lange wieder da. Dann ruf mal Jesse an. Dann legst du da deinen Wagen rein. Geht hier nicht ran? Ja. Tag. Moin. Wer jetzt noch ein Auto hier in der Nähe abgestellt hat, sollte es bitte wegfahren. Ansonsten wird es gleich abgeschleppt. Ich kann es mal kuschen. Cody. Ace? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich kann mich am besten gar nicht bewegen. Halt die Klappe, da bin ich, Junge. Ach, zelima leikum, wo sein? Oh, so geht's. Hallo. Einmal zu der Kollegen, aber bitte einmal. Okay. Hallo. Ach, Tag. Tag. Ach, hebe schön. Ja, nee, ich müsste einmal in der Reihe bleiben, wo der, äh... Peanut, Peanut Smalls. Was los? Was schon mit der Kollege? Darf du... Bist Zuschauer, ne? Ja. Ich glaube, ich muss zu ihr, oder? Nein, ich hab doch noch mal auch zingere. Ja, wir müssen doch auch zu ihr. Ich hab gestern mein Ticket gekauft bei Jigi. Uldo Cole, die weiß nicht mehr, was zum Teufel... Was ist passiert? Okay. Aber wie? Hallo? Ja, Moment, ich such deinen Namen. Jut, jut. Das Ding, ne? Das will ich jetzt hier nicht. Ja. So schön, ne? Was ist das denn schon wieder mit dieser... Hm. Du weißt auf jeden Fall, dass du draus standst. Hiiii. Ich steh immer drauf. Ja, du warst ja letztes Mal auch dann, ne? Dann, äh, geh mal zu meinem Kollegen rüber, der tut dich. Ja. Und geht ab, älgends, ne? Ja, am Abend. Ähm. Oh. Ich hab heut Flipflops an. Hast du Flipflops an? Warum nicht? Schön still dich. Ja. Oh, ne Actionfigur. Ist meine. Ich möchte den wegnehmen. Oh, ich muss einmal durchgucken. Ja, sieht doch gut aus. Oh, ich wünsch dir viel Spaß. Danke. Schön. Nein, also, dich durchsuchen lassen? So, nur die Tür ist auch. Ich such mich. Schwäsch, 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 büsch, schwäsch, büsch, büsch. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob Musik gespielt wird. Töme jetzt gleich. Ach du Scheiße. Läuft hier Musik? Nein. Ähm. Gerade nicht. Da hinten. Läuft Musik. Da hinten. Okay. Wo ist ein Pinsel? Hinter, oh mir. Ach da. Hinter der Theke. Pinsel gibt es mit Karl Pirinja. Perfekt. Ja. Ich wurde aber nicht gebucht. Nimm den hier, der da steht. Ey, what the fuck, du triffst gerade richtig geil. Ja, oder? Sehr nice. Gerne. Ich bin in mir drin, okay? Ich bin dabei, einen neuen Text zu schreiben. Ja. Ja, okay. Also, aber ich habe nicht viel. Was hast du gesagt? Ja. Was meinst du, Mida? Ich sagte, aber ich habe nicht viel. Meinst du, kriegst das hin, Pinsel? Nehm. Nur gleich 13. Willst du einen Auftritt haben? Oder wer tritt denn heute auf? Ähm, Pinsel tritt heute auf, wenn ich meinen Text habe. Wie? Ja, aber wir haben gerade schon den Fertig gemacht. Ist das zu passen? Guck mal, Mida, siehst du die da vorne an der Tür? Wer? Die da vorne. Ich glaube, die hätte auch gern deine Hose. Ja. Ihr müsst noch warten ein bisschen. Ey, das ist schon eine Verzögerung. Und dann spart noch ein bisschen. Wann hast du denn Auftritte her? Heute hat der. Ja, das ist schon klar. Gleich, keine Ahnung. Gut. Dann lass dich mal was einfallen. Ich muss den Text durchgehen. Ich kann gar nicht mehr. Lass mich Ruhe. Du wirst dich sowas zum Blümieren. Naja. Aber dann, boah, es kommen immer mehr. Können wir nicht zu viel machen? Viel zu viele Leute. Wie viele Kämpfe gibt es heute? Äh, acht. Also acht Kämpfe. Also vier Kämpfe. Ne, vier Kämpfe. Davon dann wieder, ne, Turnierbaum mäßig. Turnierbaum? Ja, also vier Kämpfe. Dann davon die Gewinner gegeneinander. Das sind nochmal zwei Kämpfe. Davon die Gewinner gegeneinander. Also sieben Kämpfe. Fünf. Nein. Sechs. Vier plus zwei plus eins. Sind neun. Sind sieben. Eins, neun. Sag ich doch. Was? Und kriegen die das heute hin? Was denn? Dass nicht wieder... Schattenboxen? Ja. Ich erinnere dich gleich nochmal dran. Ja. Ich gehe mal kurz nach Gehennas. Nach Gehennas? Soll ich wie du die Mühle Musik mitmachen oder nicht? Ist das dein neuer Song? Nein. Den schüttel ich immer aus den Armen, so nebenbei, weißt du? Weiß ich nicht. Ich schon. Okay. Tschüss, Ui. Tschüss, Ui. Ach du Scheiße. Schuss, Ui. Tschüss. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ............ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...... ......... ......... ............ ............ ............... ............ ......... Aber die Taktik kennen viele, oder? Ja klar, wenn jemand zuschlägt, musst du zuschlagen mir noch. Nein, das weiß jeder, oder? Jeder, der gut kämpfen kann. Ah, also jeder. Das war Dejabu. Hallo, Haki. Haki, kommst du spät? Ich hab so Kopfschmerzen, Alter. Leg mich am Arsch. Ich hab schon wieder vergessen, was du überhaupt heute gemacht hast. Ach du Scheiß, können wir noch... Gibt's hier noch ein paar Tomaten in der Nähe? Auf dem Weg? Ja. Vergess halt so, ich hab ganz viel Geld bei. Wie viel Geld hast du bekommen für den Aufkürz? Was geht denn hier ab, Alter? Oh, schnell weg, schnell weg. Ich hab kein Bock. Das sind aber viele Leute, ne? Oh mein Gott. Irgendwo 20.000 hat er mir gegeben. Willst du die Hälfte? Oh mein Gott. Nö. Ich hab auch Geld bekommen. Wie viel? Ich weiß nicht für was, keine Ahnung. Hier ist Automatik. Ah, danke. Ich hab Voice Changer an, aber ich verstehe nur ein bisschen die Stimme. Ja, Hack, hier sind alle am Fan, hier sind alle Mude. Außer wenn man sagt, dass es 10 Gepäckchen gibt. Ja, Opa, Willi. Dankeschön für deine Tipps. Ja, du hast den Micah komplett aus den Socken geboxt. Das hat mir was gebracht. Ja, der hat keiner gar nix. Der hat ohne Brille gekämpft. Was hat er gekämpft ohne Brille? Ohne Brille. Ja, gut, ne? Er hat ja nichts mehr gesehen, ja. Ähm, hör mal, äh, Peanut Next, äh, Donnerstag hast du da was vor? Hm, weiß ich nicht, glaube nicht. Ich muss irgendwann für den Henry auf dem Flugzeug fliegen. Na ja, okay, weil, weil, müssen wir mal gucken. Ich wollte dann einen ausgeben. Kannst du mich pack euch drei raus, erst mit meinem Auto, sag' ich? Ich hab den nächsten, am Donnerstag hab ich Geburtstag. Gefeierst du den Partys? Ja, ich hab gedacht, wir gehen lecker essen oder so. Komm, wir mal gucken, spontan irgendwas. Der engere Kreis, ne? Okay. Okay, gut. Und, äh, ich hab auch noch ein Geschenk für dich. Danke, bis gleich. Ich hoffe noch was Großes. Na ja, was sehr Großes. Dein Kontostand kann ich nicht sagen. Äh, ja, wer weiß. Wir fahren jetzt nach Hause, wir gehen schlafen. Ich hab dann üble Kopfschmerzen. Oh, ich hol noch den Rasenmäher gleich, ne? Ja, wenn du es schaffst. Ja, ja, klar. Ich hab ja noch nichts vor mehr. Ich mach jetzt noch ein bisschen Taxifahrt mit Mike und aber vorher, wie gesagt, den Rasenmäher holen. Okay, Willi, bis morgen. Yo, bis morgen, Chipinat. Tschö. Die Nacht ist, ja klar, fängt die jetzt an. Aber schon spät. Eieieiei. Fiech! Weiß gar nicht, ob Biggie jetzt hier schon wohnt. Weißt du, ob Biggie und Honi schon hier eingezogen sind? Pinsel? Ich glaube, wo weiß ich denn. Weil die Autos sind nicht da. Soll ich mal gucken? Anrufen? Ja. Okay. Ich nehm mal, reichbar. Die sind wohl schon schlafen. Vielleicht haben die auch oben geparkt. Oder wegen, das sind Opa Willis Autos, ne? Ist das nicht von Opa Willi, die Autos? Doch, alle. Außer der in der Mitte. Vielleicht haben die oben geparkt. Ja, das kann sein. Ach, schieß! Nicht so vor es zum Laufen. Komm, der wird nur gefiltert. Hier, Pfannkuchen. Nein, Twinkie und ein Blue Bull. Keiner haben, was das ist. Und ein Blue Bull. Und ein Blubbull. Au, 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 Kopf, au, 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 au. Ab und meld mir hier. Erstmal Tapette nehmen. Und... 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 Und nach. Und nach, Pinsel. Das Eingangstor ist nur bei mir weg. Weil ich das weggemacht habe für mich. Zitrone, keine Ahnung. Ei, ei, ei. Jo, wut g'dab. Hallo, Chat. Keine Ahnung, warum das jetzt auf einmal so übel wird. Schlimm. Ich hoffe, dass ihr trotzdem Spaß haltet. Was schäle ich heute? Ei, ei, ei. Aber ich gehe jetzt eine Tablette nehmen und dann gehe ich direkt ins Bett, Alter. Das geht geh nicht. Das geht geh nicht. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank für den Support heute. Danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr auch Spaß haltet. Und dann sehen wir uns... Morgen. Ab 19. Okay? Lasst euch nicht ankutschen und wunderschöne gute Nacht. Tschüss. Bye-bye. Pennerle schon. Tschüss. Musik. Vielen Dank. Vielen Dank.